Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked-Magazin.de. Wir reden über neue Infos zu Series Sam 4, die Entwicklung von System Shop 3, eine mögliche Rückkehr des Scott Pilgrim-Spiels und unsere Eindrücke zu Satisfactory und SnowRunner. Das alles und mehr jetzt bei Folge 271 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist der berühmte studierte Mathematiker und mein werter Kollege Robin Schweiger. So haben 20 Schrauben, 100 Schrauben für 20, nein 15 Stangen. Wie viele Stangen? Abbruch. Also wir reden heute über Videospiel-News und über Satisfactory nachher noch und da kann Robin dann mal richtig zeigen, was so an Effektivität und Organisationsmanagement in dir steckt. Ja, das habe ich wirklich gezeigt. Ja, da freue ich mich schon drauf. Bevor wir allerdings mit den News loslegen, noch einmal der Hinweis, es erschien wieder ein exklusives Video für Steady und Patreon-Supporter ab 5 Dollar beziehungsweise Euro, nämlich mein Return to the Party zu Tekken 4, nachdem es ja letztens eine Folge davon gab zu Tekken Tag Tournament, die ihr euch immer noch gerne anschauen könnt, die gibt es ja für alle auf YouTube. Ist das jetzt wieder exklusiv, weil das Format sich jetzt da abwechselt. Nächste Folge von dem Format wird dann also auch wieder für alle erscheinen. Es ist allerdings gleich noch mal dazu gesagt, für alle, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ein unregelmäßiges Format. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, dass das alle zwei Wochen erscheint oder so. Das hängt immer komplett vom Tagesgeschehen ab und wie viel Zeit ich neben aktuellen Spielen habe und so Kram. Deswegen unregelmäßiges Format. Okay, lass uns loslegen direkt mit den News, Robin. Wir wissen nämlich inzwischen, wie das neue Call of Duty heißen wird und worum es gehen wird. Es gibt diverse Leaks dazu, beziehungsweise konkret einen vom Twitter-User Okami, der in der Vergangenheit auch verschiedene Sachen schon geleakt hat. Und dieser Leak wird bestätigt von internen Eurogamer-Quellen, die direkt daraufhin einen Artikel gepostet haben. Und demnach wird das neue Call of Duty Black Ops Cold War heißen. Und damit ist dann auch das Szenario bekannt, der Kalte Krieg. Für dieses Szenario gab es bereits Teaser in Warzone, diesem abgekapselten Battle-Royale-Modus von Call of Duty. Und da wurde schon ein bisschen so, da wurden Hinweise gedroppt, dass es um den Kalten Krieg gehen wird. Diesmal ist ja wieder Treyarch dran als Entwickler. Das ist das fünfte Black Ops-Spiel dann. Das letzte war 2018 Black Ops 4. Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, fandest du das gut? Du hast die ja alle mitgenommen. Black Ops 4 war das Multiplayer-Only. Das ist das Einzige, was ich da nicht gespielt habe. Ach, das war das Multiplayer-Ding? Genau. Black Ops 3 war das davor, dass die eine der schlechtesten Shooter-Kampagnen hatte, die ich je gespielt habe. Das habe ich ja verachtet auf einer ganz innigen Art und Weise. Also wirklich einfach alles daran ist die größte Scheiße. Und 4 war dann das Multiplayer-Ding. Ja, ich wollte gerade fragen, ob dieses, weil, wie gesagt, du bist halt ein bisschen mehr drin in der Call of Duty-Nummer. Das letzte, was ich gespielt habe, war Ghosts oder so. Das ist sehr lange her. Findest du denn, vielleicht erst mal, findest du denn die Rückkehr zum historischen Setting interessant? Oh, I couldn't care less, honestly. Weil gerade wenn wir über Kalten Krieg reden, also was für große spektakuläre Kämpfe gab es denn so im Kalten Krieg, da fallen mir jetzt gar nicht so viele ein, weil es der Kalte Krieg war. Das heißt, ich frage mich, wie historisch korrekt das in irgendeiner Art und Weise wirklich sein soll. Naja, dann geht es halt eher so in so ein Spionage-Setting. Ja, nee. Findest du das nicht cool? Tom, ja, das wäre cool, wenn Call of Duty nicht Call of Duty wäre. Aber Call of Duty ist halt Call of Duty. Das heißt, du wirst wahrscheinlich schon gegen 95.000 andere Soldaten in den Kampf ziehen müssen. Also nee, ich bin auch echt drüber hinweg, mich noch auf Call of Duty zu freuen. Sondern ich spiele das aus einer, so wie ich halt Modern Warfare auch gespielt habe, so aus einer professionellen Neugierde, sage ich mal. Und um zu sehen, okay, diese Spiele ist ja nun mal die erfolgreichste Spielereihe, die es gibt. Und verkauft sich jedes Jahr, da ist immer jedes Jahr das bestverkaufste Spiel. Das heißt, ich finde es halt interessant zu beobachten, was diese Spiele dann machen mit diesem Einfluss und mit diesem Bekanntheitsgrad. Und deswegen fand ich halt diese Analyse von Modern Warfare so interessant. Aber das jetzt so richtig zu sagen, so, oh geil, endlich Call of Duty, da kann ich wirklich, kann ich gar nicht behaupten. Aber also, du magst doch das erste Black Ops, oder? Weil das heißt ja, das gleiche Szenario im Wesentlichen. Der erste Black Ops war cool. Das war ja auch Vietnam-Teil so ein bisschen dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist so geswitcht. Genau. Das war ziemlich cool. Das ist eines der besseren Call of Duty Singleplayer-Spiele. Zumindest habe ich es in Erinnerung. Ich habe es natürlich jetzt auch viele Jahre nicht mehr gespielt. Es wird ja so ein bisschen spekuliert, dass nachdem jetzt Modern Warfare dieses quasi Reboot gemacht hat von Modern Warfare, dass das jetzt das gleiche ist für Black Ops. Also, dass man sich eher zurückbesinnt auf dieses erste Black Ops. Das fände ich halt nur noch lamer, weil wir sind halt bei, ich habe das letztes Mal glaube ich irgendwie als Kreativitäts-Urboros benannt, was Call of Duty macht, weil es sich einfach selbst auffrisst. Du bekommst jedes Jahr einen Remaster der alten Modern Warfare-Spiele oder alle paar Jahre, gerade gab es ja erst Modern Warfare 2 remastered. Gleichzeitig kommen aber auch Remakes, Reboots der gleichen Reihe, nämlich Modern Warfare raus. Und jetzt kommt der Reboot, Remake vom nächsten Teil raus. Und da würde mich auch nicht wundern, wenn wir wieder irgendwie den gleichen Charakter oder die Namen, die gleich benannten Charaktere haben, die dann irgendwie andere Interpretationen der gleichen Figuren sind. Ich finde das alles so fucking lame, dass da wirklich nur noch gesagt wird, was haben wir eigentlich vor zehn Jahren gemacht. Das machen wir jetzt nochmal aber different. Das ist einfach so ein kreativer Sozialausfall, wie ich finde. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wir sind momentan sowieso genau in dieser Zeit von Remasters und Reboots und Remakes. Wenn man sich mal überlegt, was wir so dieses Jahr gespielt haben, über was für Ankündigungen wir vor allem reden. Aus einer rein akademischen Sicht, sage ich mal, finde ich halt selbst sowas absolut desaströses wie Black Ops 3 besser. Diese Kampagne war halt die größte Scheiße und diese Geschichte und alles, was ich daran fand, war furchtbar. Aber Boy, haben die da was probiert. Es hat nicht funktioniert. Aber Boy, haben sie was ausprobiert. Das ist mir halt immer noch lieber, als halt zu sagen, wir machen halt das Gleiche nochmal. Ey, kennst du Captain Price? Das ist mir alles zu durchgefokustestet, weißt du? Du hast ja schon dein Video erwähnt zu Modern Warfare, wo du dich sehr mit der, einerseits mit der Geschichte, aber auch mit den PR-Aussagen versus der Realität der Geschichte versus der eigentlichen Realität auseinandergesetzt hast. Ändert das irgendwas an deiner Erwartungshaltung an Call of Duty in der Zukunft, wo du dir so denkst, naja, also jetzt ist auch der letzte Zug abgefahren oder macht das irgendwas? Ich glaube, bei Treyarch könnte es sogar eher noch schlimmer werden. Also ich weiß ja nicht, ob es wirklich jetzt Treyarch macht. Das ist ja alles so ein bisschen all over the place mit den Entwicklern auch bei diesen Spielen jetzt gewesen. Und es gab ja auch Gerüchte, dass dieses Spiel so Entwicklungsprobleme gehabt haben soll. Jetzt Black Ops ist das Neue. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wer da jetzt konkret dran entwickelt und wer da zusammenarbeitet. Aber in der Vergangenheit war es halt so, daran erinnere ich mich noch bei World at War oder bei Black Ops 1, dass halt Treyarchs Ding war. Ey, was ist denn, wenn das alles mega brutal ist? So, was ist denn, wenn du Leuten, wenn hier wirklich Körperteile abfliegen, wenn du den auf den Körper schießt? Und ist das nicht cool? Und das wäre halt, also wenn ich mir vorstelle, dass sie für sie das versuchen wie Modern Warfare, wo sie sagen so, ja, wir sind ein Antikriegsspiel, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Und das dann noch kombinieren mit dieser absoluten Gewaltgeilheit, die Treyarch oft an den Tag legt, dann könnte das nur noch schlimmer werden. Was wiederum gut für mich wäre, weil es wäre wieder ein Video. Das ist auch eine Perspektive. Ja, wobei ich habe das Gefühl, dass Black Ops 1 von Treyarch immer als Beispiel genannt wird für einen Call of Duty, was auch storytechnisch ein bisschen was kann. Das stimmt. Also, es ist halt immer noch Call of Duty natürlich, aber unter den Call of Duties ist Black Ops 1 eine der am besten präsentierten Geschichten. Ganz ohne Frage. Das hat einfach ein sehr starkes Kernmysterium mit den Zahlen, die Mason. Ich kann mich noch an den Mann erinnern. Ich weiß noch, dass er Mason hieß. Auch krass. Das hat so wirklich coole Charaktere, bei einigen wirklich coole Level. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also, Modern Warfare 1 war, war echt cool. Äh, sorry, Black Ops 1. Black Ops 2 war dann wieder schon sehr viel mäheiger, fand ich. Und dann kann mich an sehr wenig erinnern. Und dann kam Black Ops 3 und dann kam Black Ops 4. Also, es ist ja auch schon viele Jahre her, dass ein Treyarch, ähm, Call of Duty mich jetzt auf einer persönlichen Ebene begeistert hat. Okay. Naja, wir werden ja im Laufe des Jahres die offizielle Ankündigung von dem Spiel erleben, samt Trailer und Absichtserklärung, was denn genau dieses Black Ops jetzt so in Anführungszeichen einzigartig macht. Und dann werden wir sicherlich nochmal drüber reden. Ich frage mich, ob das Gespräch dann ein anderes sein wird, ob sie uns mit irgendwas überraschen. Man sollte wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt allzu große Hoffnungen hegen. Ja, genau. Ist wahrscheinlich immer gut bei Call of Duty. Das ist immer eine sehr gute Idee. Wenn man Hoffnungen hebt, dann sollten die Hoffnungen daraus bestehen. Hoffentlich bekomme ich das Gleiche wie sonst auch immer. Und dann hat man vielleicht Glück. Aber ansonsten, naja, also, es ist für mich halt immer aus der Perspektive des Singleplayer-Spielers, ne? Ich hab halt gar kein Interesse an dem Multiplayer. Ja, natürlich. Ähm, ich hab den Original kein einziges Mal gespielt, den Multiplayer von Modern Warfare. Äh, und dann ist das natürlich was komplett anderes. Und, äh, dann, äh, da spricht man quasi über zwei unterschiedliche Spiele fast schon. Wobei man, war das nicht bei Black Ops 4, wo auch so ein bisschen die turbulente Entwicklungshistorie dazu geführt hat, dass es keine Kampagne gab, ohne dass das von vornherein von Anfang an die Absicht war. Ich meine auch so was in den Kopf zu haben, aber das weiß ich nicht mehr genau. Ja, ich hab's jetzt auch nicht nochmal extra nachgeschaut. Da könnt ihr uns aber gerne ergänzen in den Kommentaren. Wir machen mal weiter mit einem weiteren Sequel, das sich schon seit langer Zeit in Entwicklung befindet, seit 2015 angekündigt ist, nämlich System Shock 3. Und das hat auch eine turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich. Und der letzte Schritt dieser Geschichte kam jetzt in der letzten Woche, denn es wurde angekündigt von Other Side Entertainment, die das, also die aktuellen Publishing-Rechte hatten und, ähm, das Spiel entwickelt haben, dass sie das Spiel abgeben an Tencent, die, äh, zweitgrößte Firma Chinas, die Invest, äh, Investments hat bei Epic, bei Activision Blizzard, bei Ubisoft und bei vielen anderen Firmen. Und die das jetzt übernehmen sollen, die Websites sind bereits an, äh, an, ähm, Tencent übergegangen. Das hat auch schon, ich glaub, äh, VG247 oder eine, eine, jetzt hab ich's mir leider nicht genau aufgeschrieben, äh, tut mir leid. Äh, aber das hatte eine Seite schon vor der offiziellen Ankündigung berichtet, dass diese Rechte für die Website, äh, übergegangen sind. Und dann kam's halt offiziell von Other Side, nachdem schon monatelang, äh, Probleme gab. War ja ursprünglich mal der Publisher von, äh, System Shock 3 Starbreeze war. Und Starbreeze hatten große Probleme und im Februar, äh, haben sich Other Side von Starbreeze getrennt und dann gesagt, okay, wir haben selbst die Publishing-Rechte und scheinbar haben sie das aber nicht so hinbekommen, haben Investoren gesucht. Und alles hat jetzt dazu geführt, dass wirklich die Entwicklung abgegeben wurde an Tencent, während, und das find ich nach wie vor interessant, die Franchise- und IP-Rechte bei Nightdive Studios liegen. Mhm. Die ja in letzter Zeit diese, auch ganz viele so neue Remasters und so machen, ne? Turok haben die gemacht und so was. Oder arbeiten selbst auch am System Shock 1 Remake. Und sie haben noch mal betont, dass spezifisch diese Sequel, äh, Entwicklungs- und Publishing-Rechte jetzt bei Tencent liegen, nicht aber die der gesamten Franchise. Ja, es ist eine superweirte Geschichte. Genau, es ist eine superweirte Geschichte. Glaubst du, dass da noch was draus werden kann? Naja, also ich glaub nicht, dass Tencent sich das kauft, ohne was damit vorzuhaben. Gerade, also, wenn man jetzt über die Marke reden würde, dann kann ich mir das vorstellen, dass halt so ein Tencent sagt, ach, guck mal hier, außer Kaffeekasse kaufen wir uns die Markenrechte an, System Shock, ähm, und dann haben wir die halt. Who knows? So, das könnte ich mir vorstellen, dass dann nicht unmittelbar was damit passiert. Aber wenn's halt konkret die Sequel-Rechte sind an einem Sequel, an dem jetzt schon eine Weile gearbeitet wurde, ähm, dann würde es mich tatsächlich ein bisschen wundern, wenn da nicht noch was kommen sollte. Falls dir deine Katze im Hintergrund hört, sorry. Ja, man hört sie ein bisschen. Ja, sie ist gerade auf meinen Schreibtisch gesprungen und mir haut jetzt die Wand an. Das passiert manchmal. Ja, also, ich, also, man, es ist ja deutlich geworden, dass in der aktuellen Konstellation nix wird aus System Shock 3. Weil es hat ja wirklich lange gedauert, bis man dann mal überhaupt wieder was gesehen hat, ne? Es gab ja dann schon Gameplay-Szenen und Screenshots und so kam. Ja. Und, ähm, es wurde aber deutlich, auch durch, äh, teilweise Berichte von internen Quellen, dass halt die, einerseits die Entwicklung nicht so schnell vorankommt, wie sie sollte, dass dann, äh, im Laufe der letzten Jahre und Monate auch Leute aus höheren Positionen gegangen sind vom Studio. Und dann gab's halt die Funkstille. Dann wurde wieder gesagt, nein, wir sind noch da. Und dann ist der, der gesagt hat, wir sind noch da. Der PR-Mensch ist dann auch gegangen. Also, es ist so ganz, ganz eigenartig, äh, was da hinter den Kulissen stattfand. Äh, was ich interessant finde, ist, dass Warren Spector ja per se auch involviert war in dieses Spiel bei Other Side als Creative Consultant, war, glaube ich, die offizielle Beschreibung, äh, der dann auch in dieser Zeit eine Weile nichts mehr gepostet hat. Also, ja, ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube auch, dass es jetzt eigentlich die besseren Chancen hat, als es vorher hatte. Weil bei Tencent muss man sich zumindest keine Sorgen machen, dass die Finanzierung, die stimmt. Ja, es ist halt, also, es ist schon schade, was da passiert ist, weil halt grundsätzlich, also, die ganze Geschichte mit Other Side hat halt nie so richtig großartig scheinbar funktioniert. Aber sie haben ja Spiele veröffentlicht. Also, Underworld Ascendant ist ja dieses, äh, dieses Spin-off, äh, Sequel zu der Ultima Underworld-Reihe, weil Other Side ist ja von einem der, äh, Co-Founder von Looking Glass auch gegründet worden, ne? Also, es ist ja, wirklich gegründet worden mit der, mit der Intention, so, hier mache, machen wir das weiter, was wir mit Looking Glass nicht mehr weitermachen durften irgendwann. Und Looking Glass, äh, als Context sind halt die Entwickler von Spielen wie Thief, von System Shock und halt von, äh, Ultima Underworld. Ähm, deswegen grundsätzlich ist das ja super, super cool, was da, äh, ja, was da die Intention war. Weil dann ja auch, wie du bereits gesagt hast, ähm, ähm, Warren Spector dann dabei war. Äh, und ich hab mal geschaut, Warren Spector war nicht nur ein Advisor, sondern Warren Spector wurde 2016 sogar als Studio Director angestellt, weil das, weil Other Side zumindest zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, äh, zwei Studios hatte. Eins in Boston und eins in Austin. Ähm, und das klingt alles super cool, ne? Also, von den Original-System-Shock-Machern inklusive Warren Spector, äh, ein neues System-Shock ist ja eine supergeile Sache. Aber, ähm, ich glaube, dieses Ding mit Starbreeze wird denen einfach echt den Rücken gebrochen haben, ne? Also, wenn halt dein Publisher, der das, bitte? Möglich, sag ich. Ja, wenn halt dein Publisher, der das da ganze Ding finanziert, plötzlich wegbricht, dann hast du natürlich einfach ein großes Problem. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, das bricht den Leuten da auch das Herz, die noch da sind, ne? Also, äh, wenn du halt so lange Zeit, äh, du gründest eine Firma, das ist ja wirklich keine einfache Sache, so eine Firma zu gründen. Und dann bekommst du irgendwie, äh, über, über irgendwelche magischen Wege die Rechte am offiziellen System-Works-Shock-Sequel und alle deine Träume werden, war und arbeitest dann ein paar Jahre dran und dann endet das halt so, dass du das an fucking Tencent weiterverkaufen musst. Ähm, ich glaube, das können wir gar nicht nachvollziehen, wie scheiße das, wie schlimm das ist. Ne, das stimmt. Ja, es gibt halt wirklich wenig Details über diese ganze Nummer gerade. Sie sagen halt selbst, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen waren und dass es jetzt bei Tencent in guten Händen ist, aber wir wissen nicht, ob da der aktuelle Bild benutzt und weiterentwickelt wird, ob das von vorne beginnt, die Entwicklung, ob sie da irgendwie involviert sind, Other Side, also die Leute, die jetzt noch da sind, äh, da stehen überall noch Fragezeichen drüber. Deswegen werden wir vermutlich irgendwann in den nächsten Jahren, äh, ein Re-Reveal bekommen von System Shock 3. Ja, genau. Das denke ich dann auch. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, also es kann, ich kann mir eigentlich alles gut vorstellen, was da, was jetzt kommt. Also es gibt sehr wenige Wege, die, äh, System Shock einnehmen kann, die mich überraschen würden. Ja, also ich kann mir vorstellen, auch das würde mich überhaupt nicht überraschen, äh, wenn das von Tencent kommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, es wird, gibt irgendeinen großen 500-Leute-Entwickler im Westen, der damit beauftragt wird, das fertig zu machen. Würde mich auch nicht überraschen. Äh, es wird ein MMO, würde mich auch nicht überraschen. Also all diese Möglichkeiten bestehen gerade und das finde ich zumindest sehr, sehr interessant, wie das, also da, da freue ich mich sehr drauf, wenn wir das nächste Mal Nachrichten drüber hören. Ja. Und gleichzeitig ist es sehr bedauerlich, dass es nicht so geklappt hat, wie sich Other Side das vorgestellt haben. Ja. Okay, wir kommen von einem dritten Teil zu einem vierten Teil, der jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ich es Re-Reveal nennen würde, wir haben aber lange Zeit nichts mehr davon gehört, denn der letzte Trailer, und das war der Ankündigungstrailer, der erschien 2018, und zwar geht's um Serious Sam 4. Da gab es jetzt einen neuen Trailer und generell neues Gameplay-Material und auch einen Release-Zeitraum, es soll nämlich im August 2020 erscheinen. Der letzte Teil, äh, der Hauptreihe erschien 2011, das war Serious Sam 3. Und, äh, was ich ganz witzig fand, als ich jetzt noch mal den Trailer mir angeguckt hab zu Serious Sam 4, in dem das Spiel ursprünglich angekündigt wurde, da hatte es noch den Untertitel Planet Badass. Ja. Den hat's jetzt nicht mehr. Der hatte also auch vor recht kurzer Zeit noch, ich hab irgendwie, ich erinnere mich, hab ich glaub ich letzten Monat noch mal aufs Team nachgeguckt, da hieß es auch noch so. Das ist jetzt wirklich was neues Ding. Das ist weird. Das kommt erneut von Crow Team, also der Entwickler ist der gleiche. Und es ist, also es hat so eine Steam-Page, auf der sind diverse Videos verlinkt, wo es irgendwie immer geht um die Waffen, um das Gameplay-Gefühl und sowas. Und die sind alle nur so anderthalb Minuten lang und sind so gemacht wie Interview-Videos, sieht ein bisschen aus wie so ein, wie so No-Clip-Ausschnitte, aber halt nicht von No-Clip, sondern einfach nur damit ihr euch die Machart vorstellen könnt. Und auch sehr gehaltslos. Und man sieht halt ein bisschen Gameplay, also es gibt zum Beispiel einen Clip, da geht's um das Legion-System, was ja so das große Ding sein soll bei Serious Sam 4, weil sie sagen, auch noch mal in diesem Clip, dass sie eine Technologie haben, mit der sie tausende Gegner auf dem Bildschirm gleichzeitig darstellen können, gegen die du dann kämpfst. Und da gibt es zumindest Szenen, in denen noch das Wort Beta drüber steht, die sie in diesem Legion-Clip zeigen. Aber im kompletten restlichen Gameplay und auf allen Screenshots siehst du Serious Sam-Ausschnitte, die halt aussehen wie Serious Sam, wo schon viele Gegner da sind, aber nicht tausende. Und das wirkt super komisch. Das Spiel hat außerdem eine Release-Einschränkung, denn es erscheint im August auf PC, also auf Steam und auf Stadia und hat auch quasi Stadia-Konsolen-Exklusivität, wenn man das so nennen will. Denn erst irgendwann 2021 werden dann andere Konsolen-Versionen folgen. Also es erscheint erstmal eine ganze Weile nicht für PlayStation oder Xbox. Ich finde irgendwie super faszinierend, dass man Stadia als Konsole überhaupt so, weißt du? Ja. Stadia ist in Konkurrenz mit der Xbox One und der PS4 und deswegen ist das Stadia-Exklusiv. Ich würde das irgendwie viel mehr als in Konkurrenz mit dem PC sehen. Ja, ist irgendwie bei mir auch so abgespeichert. Ich hatte genau diesen gleichen Gedankengang. Ja, finde ich sehr weird. Ich habe mir das auch alles angeguckt, diese Videos, und dachte mir auch so, wow, das ist eine super weirde Art und Weise, das anzukündigen. Das ist ja wirklich so ein Re-Reveal. Also es wurde ja schon Re-Revealed, aber es ist erstmal, dass man wirklich mal was mit Substanz sieht. Und es ist auch seltsam, also es ist so, ja, that's that. Hat mich auch überrascht, weil die Entwickler haben ja schon einiges drauf. Also ich, ah, fuck, wie hieß nochmal dein Rätselspiel? Talos Principle. Genau. Das sah halt auch hervorragend aus, war natürlich sehr einzönig grafisch, aber trotzdem ist es cool. Und dann kann ich, hätte ich mir schon vorgestellt können, dass Serious Sam 4 nochmal so ein Schritt nach vorne sein könnte für sie, auch von der Präsentation her. Aber dann ist es, also es sieht, finde ich, schon deutlich besser aus, als sowas wie Serious Sam 3 unter anderem, weil es ein bisschen bunter zu sein scheint, finde ich. Ich starte dieses Spiel jetzt nicht und, oder ich gucke mir diese Videos an und denke mir halt nicht, okay, das will ich niemals spielen. Das ist mein Gefühl, wenn ich Serious Sam 3 sehe. Also wenn ich halt diese Wüstenlevel sehe und alles, denke ich mir so, ach mein Gott, das ist so fucking unattraktiv, alles, was ich daran sehe. Also auch nicht das, was ich mir persönlich wünsche, wo ich schon öfter darüber geredet habe, nämlich zurück zum völlig übertriebenen Comic- und Zeichentrick-Grafikstil von Serious Sam 2. Das ist, finde ich, immer noch die beste Version von Serious Sam, weil die auch so gut zur Geschichte oder zu den Dialogen passt. Zum Szenario. Zum Szenario, genau, das passt am besten. Und zu den Monster-Designs und so. Aber es ist besser als im dritten Teil. Aber es ist insgesamt immer noch so ein bisschen so, ja, I guess it's okay. Oh, hallo Nemo. Ja, gut. Ja, hat auch eine Meinung. Ja, you agreed. Ich hab's genau vergehört. Deswegen, also ich werd's sicherlich spielen. Ähm, einfach, ich mag Shooter, wo ich einfach ballern kann, endlos, und Gegner töten kann, hunderte Millionen, tausend. Ähm, aber ich bezweifle sehr, dass das jetzt irgendwie ein großer Schritt für die Serie oder für den Entwickler wird. Ja, bei mir ist auch, ich bin da sehr zwiegespalten, ich glaube, dass das Spiel ein spaßiges Actionfest werden kann. Und vielleicht ist es das auch gerade halt schon in seiner aktuellen Form. Falls es das ist, machen sie einen sehr schlechten Job, das zu verkaufen. Ja, find ich auch. Weil ich find keinen der Trailer wirklich gut. Auch diese kleinen Gameplay-Snippet-Dinger, das wirkte alles so ... Auch die Entwickler sind nicht wirklich irgendwie aufgeregt über ihr eigenes Spiel, das ist alles so ... Vielleicht ist das auch was Kulturelles. Also, ja, es gibt, ähm, der ... Also, das ist ein Kanal, der ähnelt dem von Noclip, nur geht in eine sehr andere Richtung damit. Nämlich der von, ähm, von Drew, von ehemals Giant Bomb, Cloth Map heißt der. Äh, der macht halt Dokumentationen über Entwickler in unterschiedlichen Ländern, wo du normalerweise nie was drüber hörst. Du bist dann in der Mongolei unterwegs und präsentiert dann dort die Geschichte, was es dort für Spiele gibt und auch was man halt dort macht für Spiele. Also, wahnsinnig faszinierend. Ähm, und der hat mit Croteam jetzt auch geredet und die sind da, die sind einfach so. Die sind so total unaufgeregt und reden ... Das kann ich mir vorstellen. ... reden halt so über ihre Spiele, als ob sie über ihre Steuererklärung von vor zehn Jahren schwadronieren. Es ist übrigens, ich weiß nicht, ob ich es gedacht oder gesagt habe, das ist ein klassischer Robin, äh, es ist nicht Techland. Falls ich Techland gesagt habe, es ist natürlich Croteam. Nee, ich glaub nicht, dass du Techland gesagt hast. Dann hab ich am Techland gedacht, wenn ich das gesagt habe und hab mir dann gedacht, oh, warte, ich hab grad was Falsches gesagt. Naja. Ja, die heißen doch auch einfach so, weil sie aus Kroatien sind, oder? Ah! Guck mal. Ash Ketchum. Die wurden an meinem Geburtstag gegründet. So, das wissen wir jetzt auch. Die wurden an deinem Geburtstag gegründet? Ja, so viele, so viele Informationen, die wir hier bekommen, Tom. Äh, ja, bei mir, also beim Look würde ich dir übrigens zustimmen. Ich find auch, für mich kann's noch mehr in Richtung Comic-Grafik gehen. Ich hoffe mal, dass sie ihr Spiel einfach ein bisschen schlechter präsentieren, als es ist und dass wir dann am Ende doch genau das bekommen, was wir von Serious Sam wollen. Äh, und dass es, dass das Legion-System auch wirklich mehr ist, als einfach nur, okay, hier hast du jetzt eine Stelle, wo mal sehr viele Gegner sind, weil per se, also, das ist vielleicht auch noch so ein Ding, selbst wenn das Legion-System funktioniert, ist das was, was deinen Spaß machen kann? Also, klar, das ist optisch beeindruckend, wenn du tausende Gegner hast, aber wie wird das spielerisch umgesetzt, weißt du? Dass du nicht irgendwie ein paar davon platt machst und dann bist du umzingelt und Übersicht ist weg. Es war ja so ein bisschen, also Übersicht versuch ich gar nicht bei diesen Spielen, ehrlich gesagt. Ja, fair. Es ist ja, also, man, ich bin so kurz dazu geneigt, das mit Doom zu vergleichen, aber es sind sehr unterschiedliche Spiele, ne? Ähm, das ist ja, also Serious Sam ist ja wirklich mindless ballern, also da geht's viel weniger um taktische Entscheidungen und so was, zumindest so weit, wie ich Serious Sam 1 und 2 in Erinnerung habe. Wie gesagt, drei hab ich nicht groß gespielt. Äh, und das, da kann, ich find, das eignet sich perfekt dafür, um halt diese, hier hast du 200 Millionen Gegner auf einmal, es ist halt einfach dieses EDF-Ding, weißt du? Ich brauch da keine Übersicht, ich brauch da keine, äh, großen, irgendwie intelligenten Kombinationen von Gegnertypen, sondern gib mir 100.000 schreiende Bombenmenschen und dann töte ich die mit einem Schuss jeweils und dann hab ich daran eine Stunde Spaß gehabt, wahrscheinlich. Ja. Übrigens, aber eine Empfehlung, was sie gemacht haben, ist halt, die haben ja alle, also die haben ein eigenes Serious Sam VR-Spiel gemacht, The Last Hope, ähm, das super ist, oder das ist nicht super, das ist super, das ist falsch, das war eines der ersten VR-Spiel, die ich hier gespielt habe, deswegen hab ich das als was sehr Krasses im Kopf. Du stehst einfach an einem Punkt und schießt auf Wellen von Gegnern, that's it. Aber das macht sehr viel Spaß. Aber, was ich super cool finde, sie haben halt auch alle Serious Sam 2, äh, Serious Sam-Spiele bis auf den zweiten Teil, natürlich, weil offensichtlich hassen sie den, ähm, äh, in VR umgesetzt. Also es gibt Serious Sam 1, Serious Sam Second Encounter und Serious Sam 3 als VR-Version auf Steam. Ähm, und ich glaube, die sind auch einfach, also ich glaube, wenn man die Hauptspiele hat, hat man die automatisch. Zumindest hatte ich die eines Tages plötzlich in der Steam-Bibliothek, ohne dass ich mir die explizit gekauft habe, und zumindest ohne das bewusst gemacht zu haben. Ähm, und das funktioniert super. Also ich hab Serious Sam mal so ein bisschen auch in VR gespielt, und das hat sehr viel Freude gemacht. Oh Gott, ich glaub, da wird mir schlecht werden. Ja, das kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also zumindest mit freier Bewegung. Ja. Ich hatte übrigens auch mal nachgeschaut, weil ich so überlegt hatte, Serious Sam ist doch schon voll alt, oder? Und 2001 kam der erste Teil raus. Und die haben aber vorher auch schon Spiele gemacht. Die hatten irgendwie ein Fußballspiel mal gemacht und so. Ja, die haben da, also ich ... Serious Sam irgendwann angefangen und dann bis auf Taylor's Principle, glaub ich, auch nichts anderes mehr gemacht. Ganz genau, ich bin grad bei deren ... Das übrigens auch aus VR kam, Taylor's Principle. Äh, ich bin grad auf deren Wiki-Seite auch, und die haben halt wirklich drei kleine Spiele vorher gemacht. Ähm, zwei davon Fußball. Und ansonsten machen sie jetzt wirklich seit knapp 20 Jahren nichts außer Serious Sam und einmal zwischendurch Taylor's Principle. Oh, ich find eigentlich super ... Dann irgendwie find ich doch super, dass sie alle so sehr mellow sind in der Art und Weise, wie sie über ihre Spiele reden. Ja. Weil das ist der beste Kontrast zu ... Wirklich, anders kannst du das, glaub ich, gar nicht 20 Jahre lang durchgehend entwickeln. Ist ein bisschen wie, wenn Leute von Piranha-Walds über ihre Spiele reden. Ja. Ja, und dann kloppt man da, hat Leute tot, ne? Ja, genau. Das ist wirklich die gleiche Energy. Ja. Aber das war so gut, unsere Gamescom-Präsentation von Elex. Das war so toll, wie wir da saßen. Also, ja, ne, dann ... Frauen, ne, aber ansonsten ist alles da. Ach, gut, heißt. Irgendwelche Fragen, ne? Okay. Serious Sam 4 war ja ein Spiel, was angekündigt wurde und dann so ein bisschen in Vergessenheit geriet bis jetzt. Und genauso war es auch mit Twin Mirror. Das wurde auch 2018 angekündigt, für alle, die es schon wieder vergessen haben. Das ist ein auf Erzählung fokussiertes Spiel von Don't Not, also den Machern von Life is Strange, in Kombination, beziehungsweise in Kooperation mit Namco Bandai. Und das hat jetzt ... Also, das musste erst vor einer ganzen Weile mal den Release verschieben. Aktuell steht's noch auf, ich glaub, Juni 2020. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch akkurat ist. Oh, also, soweit ich ... Ja, ich schau gerade, es war für Juni 2019 ankündigt. Und soweit ich sehe, wurde dann auf einfach nur 2020 verschoben. Genau, das überlege ich gerade, ob der Juni-Part akkurat ist. Genau, das ist einfach 2020. Weil ich glaub auch, dass es einfach nur 2020 ist. Ja, genau. Ja? Ja. Okay. Für PC, Xbox One und PS4 geplant, mit Epic-Exklusivität auf PC für ein Jahr. Und was sie jetzt im Wesentlichen gemacht haben, ist auf Twitter letzte Woche angefangen, nach und nach so kleine Posts zu machen, wo sie noch mal die Location neu einführen. Das Spiel spielt in Besswood in West Virginia, wo sie gesagt haben, hier, unser Protagonist, den man ja schon in einem Trailer gesehen hat, hat jetzt einen neuen Look, den sie dann vorgestellt haben in einem Screenshot. Und das war's im Wesentlichen. Also, bisher haben wir noch gar nicht mehr neue Infos dazu. Ich kann ja das Szenario noch einmal umreißen. Der Protagonist, also Sam, kehrt nach einer Trennung in seiner Heimatstadt zurück, ist da logischerweise dann sehr deprimiert, wacht irgendwann in seinem Hotelzimmer auf, hat ein blutiges Hemd, keine Erinnerung mehr an das, was passiert ist. Und das ist im Wesentlichen das Mysterium. Ich glaube, als wir das damals im Trailer gesehen haben, haben wir an Fahnenheit gedacht, weil das sehr ähnlich anfängt. Weißt du, auch mit diesem Setting, okay, du bist scheinbar der Mörder, aber bist du es wirklich? Und was überhaupt für ein Mord und so? Dass man da einfach sich etwas nicht weiß über sich selbst. Das ist super weird ... Ach so, du bist ... Entschuldigung. Mach ich weiter. Nee, nee, sag, sag. Das super weird daran ist, dass ich das ja gespielt habe auf der Gamescom. Das ist jetzt ... Ich hab das dann zwei Jahre ... Also in dem Jahr, 2018, wo es angekündigt wurde, war es bereits spielbar auf der Gamescom bei Namco Banda. Das hab ich schon wieder vergessen. Ja. Und da hab ich halt genau diesen ersten Part, wo du halt aufwachst, gespielt. Und das fand ich halt super cool. Also die Spiel hat mich ziemlich begeistert, weil der Typ hat ja so einen Mind Palace quasi. Und spielerisch funktioniert das dann so, dass du in diesem Hotelzimmer halt aufwachst und rumlaufen kannst und du dir quasi selbst zusammensetzen musst, was halt passiert ist. Und du machst das, indem du ... Also du findest irgendwie ein Item, was irgendwo auf dem Boden liegt zum Beispiel. Und dann sagst du halt, okay, dieses Item lag da und ich hab damit wahrscheinlich das und das gemacht. Und dann in dem Kopf von dem Protagonisten spielt er quasi durch, wie die Ereignisse abgelaufen wären, wenn das alles so wäre, wie du es gerade dir vorgestellt hast. Und oftmals passieren halt ganz andere Sachen und das geht nicht so, weil jetzt gerade liegt die Fernbedienung ja hinterm Fernseher und hinterm Schrank. Und wenn das so wäre, müsste die jetzt woanders liegen. Und das ist halt super faszinierend. Also durchzugehen, wie da die ... Was da in der Vergangenheit passiert ist und diese unterschiedlichen Möglichkeiten einfach anzugucken, hat super viel Spaß gemacht. Und es war einfach ein sehr viel ... Also es war einfach sehr viel mehr und eine coolere Gameplay-Idee, als auch so Dontnod und Telltale-Spiele oftmals haben. Das fand ich super cool. Es sieht halt jetzt noch mal eine ganze Ecke besser aus, hab ich das Gefühl. Also wenn ich mir diesen Screenshot von dem Hauptcharakter angucke, angenommen, das ist ein Screenshot und nicht irgendwie ein Render von ihm, dann sieht das Spiel wirklich noch mal einen ganzen Zacken besser aus, was ja auch Sinne geben würde. Also wenn ich überlege, das war als Episodentitel zumindest angekündigt und das ist dann zwei Jahre her, dass ich das gespielt habe, da kann man schon sehr grundsätzliche Änderungen dran tätigen. Das stimmt. Und ich find jetzt ja, also Life is Strange 2 war jetzt ein Spiel, das nicht technisch das krasseste war, aber ich find trotzdem, machen Dontnod eigentlich stilistisch recht hübsche Spiele, die durchaus sich zu präsentieren wissen. Und mich würde auch wundern, wenn Twin Mirror das nicht auch wieder hinbekommt. Aber hat denn deine Life is Strange-Erfahrung einen Einfluss auf deine Vorfreude hier drauf? Weil Life is Strange 2 hast du ja gespielt und hattest durchaus Freude damit, aber ich glaub erzählerisch hat's sich dann doch ein bisschen verloren, oder? Ja, der zweite Teil schon. Also der zweite Teil war ja dann ein bisschen eine Enttäuschung im Vergleich zum ersten Teil, war aber immer noch ganz cool. Also gerade die thematischen Vorhaben des Entwicklers waren da sehr, sehr mutig und cool und toll, wie ich fand. Aber das hat jetzt wenig Einfluss darauf auf Twin Mirror, einfach weil ich das halt zum Glück schon gespielt habe und weiß, dass ich das einfach super toll fand. Und bei Dontnod ist es auch so, es ist jetzt so weniger, dass ich da eine großartig erzählte Geschichte von erwarte, sondern ich erwarte mir immer eine Atmosphäre und ein Gefühl mehr, dass mir diese Spiele geben. Also bei Life is Strange 1 denke ich jetzt auch weniger an den Plot, wenn ich darüber nachdenke, wieso mir das gefällt, und vielmehr an die, wie du sagst, die Präsentation, also Grafik, die Musik, die einzelnen Figuren und Charaktere. Und das ist mir halt super wichtig. Und das kann Dontnod halt wirklich großartig. Und wenn ich mir das dann in Kombination vorstelle mit dem Spiel wie Twin Mirror, wo du halt in so einem Twin Peaks Setting unterwegs bist, wo du optisch sehr, sehr coole Szenarien und Ideen hast, dieser Mind Palace sieht halt wirklich toll aus. Ihr könnt euch übrigens diesen Part, den ich gespielt habe, auch im Internet angucken. Es gibt da Preview- und Gameplay-Videos zu, wo man das auch genau so sieht. Das hat schon sehr, sehr viel Potenzial. Und diese längere Wartezeit lässt mich dann auch eher noch mal freudiger drauf blicken. Ja, mal gucken. Also angeblich ja dann doch noch dieses Jahr. Ja, ich hoffe es. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Ich finde aber schön, dass es jetzt wieder ein Lebenszeichen von dem Spiel gibt. Weil ich hatte das auch schon, ich hatte vor ein paar Monaten mal so den Gedanken, was war eigentlich mit Twin Mirror? Und dann habe ich auch schon wieder aufgehört, darüber nachzudenken, weil es ja nichts Neues gab. Und jetzt wissen wir, ah, okay, ist noch ein Projekt. Und es ist nicht die Neuigkeit so von wegen, übrigens wurde eingestellt, sondern einfach nur, ja, okay, Release verzögert sich ein bisschen, aber jetzt kommen mal ein paar neue Infos. Und ich glaube, da werden auch noch welche kommen die nächsten Tage über Twitter. Ich hoffe es auch sehr. Ich habe auch befürchtet, dass das Geschichte ist und dann sich einfach auf das Spiel für Microsoft gefuckt. Weißt du mal, wie das heißt? Das Microsoft-exklusive Don't-Not-Spiel? Don't-Not-Xbox-Exclusive mit dem ... Ich weiß gerade nicht mal, was du meinst. ... mit dem Male-Transgender-Charakter als Hauptcharakter. Wurde das gecancelt? Nee, nee, ich dachte halt geradezu ... Tell me why, genau. Ich dachte, es wurde halt so ... Vielleicht ist ja der Fokus auf Tell me why gegangen. Und deswegen war dann Twin-Mirror-Geschichte. Weil das ja auch jetzt nicht wenige ... Also, sie haben ja Life of Strange 2 und Tell me why. Und Twin-Mirror war alles so gleichzeitig in Entwicklung. Und das fühle ich schon sehr, sehr ordentlich. Ja, die haben gut zu tun, glaube ich. Ich hoffe, ich muss dann irgendwie immer dann so ein bisschen an Telltale denken. So, du übertreibst nicht. Ja, also, das mag ich halt auch. Also, diese Spiele sehen halt unterschiedlich genug aus. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wie bei Telltale, wo einfach gesagt wird, wir machen jetzt Life of Strange halt noch 37 Mal. Sondern ich habe ja wirklich das Gefühl, nee, die versuchen auch ein bisschen was damit zu machen. Und deswegen freue ich mich halt auch auf diese Spiele weiterhin. Also, ich finde, Telltale-Spiele sahen teilweise stilistisch sehr unterschiedlich aus. Trotzdem hast du ihnen irgendwie immer die Engine angesehen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass Don't Not immer eine komplett andere Engine benutzt. Aber ich habe deutlich weniger das Gefühl, dass die Don't Not-Spiele so Fließbandproduktion sind wie bei Telltale. Weil danach fühlten sich die Telltale-Spiele auf jeden Fall an. Genau. Ich glaube, deswegen ist es auch gar nicht so ... Also, es kann durchaus als sich zu einem Vorteil für Don't Not entwickeln, dass diese Spiele dann auch ein bisschen länger dauern. Einfach, weil du vielleicht so sicher gehen kannst, dass eben nicht diese ... Ja, du so einfach nicht over it bist wie bei Telltale. Grundsätzlich war es ja auch bei mir oft so, dass ich diese Telltale-Spiele sahen und mir dachte, ja, das ist cool. Aber da kamen halt drei draus pro Woche irgendwann. Und dann habe ich halt einfach mal irgendwann gedacht, ja, komm, spielst du ja irgendwann. Und dann habe ich sie nicht gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, wie gut sich Life of Strange 2 gemacht hat am Markt. Oh, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Werden wir jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich auch nicht so richtig rausfinden. Gefühlt, also gerade bei so digitalexklusiven Spielen ist das dann fast unmöglich. Schwierig, ja. Aber gefühlt war das dann ja so ein bisschen ... Also, wenn ich mir angucke, wie was für einen Impact aus kultureller Sicht Life of Strange 1 hatte, das konnte der zweite Teil leider gar nicht replizieren. Hm. Ja, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Aber manchmal sagt das Gefühl halt ... Also, beziehungsweise gibt es einen ... lockt es einen auf die falsche Fährte, sagen wir es mal so. Also, wir können es definitiv nicht sicher sagen. Und dadurch, dass es ja jetzt keine riesigen Triple-A-Produktionen sind, muss das ja auch kein Triple-Million-Seller sein, so nach dem Motto. Genau. Ja, weiß ich nicht. Wäre jetzt nur Spekulation. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einer ... Mit ebenfalls Spekulation im Wesentlichen, beziehungsweise mit einer Hoffnung. Nämlich steht in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum an von Scott Pilgrim vs. The World, dem Film von Edgar Wright, basierend auf der Comic-Reihe von Brian Lee O'Malley. Und eben jener, Brian Lee O'Malley, hat auf Twitter gepostet, passend eben zu diesem Jubiläumsaspekt, Bring back the Scott Pilgrim Game. Also holt das Scott Pilgrim-Spiel zurück. Was er damit meint, ist Folgendes. Es gab genau auch im August 2010, passend zum Release des Films, ein 2D-Beat-em-up in so einem Retro-Pixel-Look. Das hieß einfach nur Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Wurde unter anderem entwickelt von Ubisoft Montreal. Und war richtig cool. Also das ist ein richtig cooles Spiel gewesen. Basierte so ein bisschen auf dem Gameplay von River City Ransom. Hatte es also so kleine Rollenspiel-Aspekte mit dabei. Super cute Optik. Und fantastischer Soundtrack von Anamanaguchi. Wirklich tolles Spiel. Das Ding ist, seit 2014 kann man das nicht mehr kaufen. Das ist nur digital erschienen. Im Xbox Live Arcade für die 360 und im PSN für die PlayStation 3. Und sonst nirgendwo. Das heißt, das war dann einfach weg. Und daher kommt so ein bisschen dieses Bring back the Scott Pilgrim Game, weil es eben aktuell nicht verfügbar ist. und Ubisoft haben unter diesem Tweet von Brian Lee O'Malley einfach nur mit einem dieser nachdenklichen Emojis gepostet. Mehr nicht. Und auf viel mehr basiert nicht die Annahme, dass vielleicht dieses Spiel zurückkommt. Also ich finde halt schon so eine offizielle Anerkennung dieses Tweets von Ubisofts Seite lässt das schon recht tief blicken. Also ich würde da auch sehr neugierig, oder ich werde da auch sehr neugierig, weil ich glaube schon, dass ein offizieller Account nicht so darauf reagieren würde, wenn das nicht einfach ein geplantes Marketing-Ding wäre. Ja, denke ich auch. Weil es wäre doch super dumm, so zu reagieren, wenn du nichts in der Hinterhand hast. Genau, genau. Es wäre ja Trolling fast schon. Ja, wirklich. Ja, also mich würde das super freuen. Ich habe Scott Pringle vs. Dwight super gern gespielt, habe da mit Leo schon im Random Encounter drüber geredet. Wir haben das auch zu zweit ein bisschen gezockt. Das ist ein super spaßiges Spiel. Das ist am Anfang, gerade wenn man Solo spielt, echt ganz schön knackig. Also es dauert so ein bisschen, bis das so ... Also es dauert ein bisschen, ist auch wirklich nur eine halbe Stunde oder so was, aber bis man mal so ein paar Level-Ups und Fähigkeiten hat und dann ein bisschen besser klarkommt im Spiel. Und dann macht es auch richtig, richtig Spaß. Es ist irgendwie die richtige Art von Spiel zum Film, weil es einmal thematisch supergut zu Scott Pilgrim passt und ein recht kompaktes Spiel ist. Es ist nicht gleich dieses, oh, hier haben wir einen Third-Person-Shooter mit Kampagne und Multiplayer-Modus. Ach, der wurde nicht gut, weil wir keine Zeit hatten. Aber damit hat ja keiner rechnen können. Also da wurde sich nicht verhoben mit dem, was man da vorhat. Genau. Und ja, bitte gebt es mir zurück. Ich möchte, also was heißt, gibt es mir ... Ich hab's ja noch, ich hab's ja auf der PlayStation 3. Also ich kann das ja spielen, dieses Spiel. Ich kann's jederzeit anschmeißen, wenn ich möchte. Aber mich würde halt auch freuen, wenn wieder neue Leute die Möglichkeit hätten, zu diesem Spiel zurückzukehren. Weil auch aus Spieleerhaltungssicht ist es halt super bedauerlich, wenn Spiele delistet werden, was ja nun mal immer noch ständig passiert, aus Lizenzgründen oder sonst irgendwas. Bitte bringt es zurück, bin ich auch ganz dabei. Also gerade, wenn man das mal dann auch digital irgendwie auf Steam oder sowas anbieten würde, wär richtig, richtig geil. Genau, ja, denk ich auch. Gibt's denn, ich weiß nicht, ob dir da spontan was einfällt, aber gibt's delisted Spiele, bei denen du auch sagen würdest, hey, die hätt ich jetzt doch ... Also da würd ich mir auch wünschen, dass die wieder zur Verfügung stehen, oder dass die auf aktuelle Plattformen kommen sollten. Da gibt's sicherlich Spiele, die mir grad leider dann nicht ganz einfallen, weil ich da einfach keine Übersicht drüber habe. Aber ich weiß noch, dass ich es sehr, sehr schade fand und immer noch finde, dass einfach sowas wie Forza Horizon irgendwann verschwunden ist. Ja, der erste, ne? Genau, der zweite auch, aber auf der 360. Und das ist so, meh, oder auf der Xbox auch. Forza Horizon 2, Xbox One Store. Ich schau mal, ob man den noch kaufen kann. Nee, Forza Horizon 2 ist ebenfalls weg. Und das find ich halt, also bei so einem First-Party-Ding und Forza ... Also ich persönlich find's halt voll schade, wenn ich den nicht gespielt hätte. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mal neugierig werden würde, um zu sehen, okay, wo ist eigentlich ... Also wann, wo, wie startete Forza Horizon mal. Und das sind ja auch durchaus unterschiedliche Spiele. Vor allen Dingen der erste Teil. Das ist noch ziemlich anders als jetzt der vierte. Natürlich nur im Detail, aber trotzdem ist schon eine andere Spielerfahrung. Und dass man die einfach nicht spielen kann, find ich persönlich sehr, sehr schade. Ja, same. Oder man kann sie jetzt spielen, man kann sie nur nicht neu kaufen. Nein, man müsste sie sich gebraucht kaufen. Genau. Und wenn du sie halt schon gekauft hast, digital, dann kannst du sie natürlich weiterhin runterladen. Ja, ja, ja. Mir geht's ähnlich mit alten Need for Speed-Spielen, die ich auch super gerne einfach auf aktuellen Plattformen oder einfach auf ihren Ursprungsplattformen mir holen können würde. Weil zum Beispiel Need for Speed gab's auch immer auf dem PC, aber du kannst auf dem PC nur eine Handvoll dieser Spiele offiziell erwerben zumindest. Und das ist bedauerlich. Also dass selbst ein GOG.com da nicht rankam bisher, ist ja schade. Oder so Sachen wie Marvel vs. Capcom 2, das gibt's auch nicht. Ich bin ja schon froh, dass Marvel vs. Capcom 3 zurückgekehrt ist. Das war auch eine ganze Zeit lang delistet. Es ist immer so ein bisschen ein Würfelwurf, weißt du? Ja. Dass du diese Spiele dann nicht mehr hast. Und bei so was wie Scott Pilgrim doppelt bedauerlich, weil das gab's ja nie physisch. Also du konntest ja nicht sagen, ich geh jetzt auf einen Gebrauchtmarkt. Du hättest dir eine gebrauchte Konsole, bei der das installiert ist, holen müssen, um das zu spielen. Ja, das ist bescheuert. Und das ist verrückt. Ja. Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja im August 2020 eine neue Version davon. Ja. Würde uns auf jeden Fall freuen. Okay, wir haben noch zwei kleinere Sachen. Nämlich zum einen wurde die New Game Plus Expo angekündigt, die NGPX. Die soll am 23. Juni stattfinden. Und das ist ein Online-Showcase, das auf Twitch gestreamt wird, bei dem diverse Publisher ihre Spiele vorstellen. Davon hatten wir ja in den letzten Wochen so einige, die dazukamen. Es wird ja auch zum Beispiel wieder die PC-Gaming-Show geben. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht mal separat hier erwähnt im Podcast. Aber die wird's auch wieder geben. Ich glaube, das war auch im Juni. Und bei dieser NGPX sind so Publisher dabei wie Arc System Works, Koei Tecmo, Sega, NIS America, Grasshopper, WayForward, SNK und noch ein paar andere, also durchaus auch große japanische Publisher dabei. Und ich schätze mal, die werden wir uns auch mit anschauen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen vom jeweiligen Umstand und der Zeit ab, weil das wissen wir momentan, glaube ich, noch nicht. Und das wollte ich hier nur zumindest schon mal erwähnen. Ich finde ja eigentlich ganz witzig, dass wir jetzt hier und da immer mal so ein Event haben im Laufe der nächsten zwei Monate. Ja, ja. Im Laufe der nächsten Monate, nicht nur der nächsten zwei Monate. Ich hoffe auch, das wird beibehalten. Und es kommt lieber, lieber mehr als wenig. Gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir. Und die letzte News, die ich auch nur habe, weil ich Kyle Bosman halt ein bisschen folge, der vor einer Weile die Easy Allies verlassen hat, der hat in einem seiner Streams gesagt, dass er als Freelancer bei King Art Games anheuert, um bei einem neuen Spiel als Narrative Designer zu arbeiten. Was ich irgendwie super witzig finde, weil King Art Games zuletzt unter anderem die Zwerge gemacht, mit dem wir eine Verbindung haben. Und Kyle Bosman ist jemand, den ich sehr schätze bei den Easy Allies als kreativen Kopf, den ich mir super vorstellen kann in der Rolle als Narrative Designer. Deswegen finde ich das eine sehr interessante Kombination, dass er hier bei den deutschen Entwicklern von King Art mitmischt und wir damit dann auch zumindest wissen, ah, okay, das nächste Spiel mit Storyfocus ist da quasi auch schon wieder in der Hinterhand. Aktuell arbeiten sie ja noch an Iron Harvest. Das ist super weird und super exciting. Die Zwerge 2 von Kyle Bosman wird unglaublich gut und lustig. Und ich hoffe, Markus Heitz und Kyle Bosman ist für mich das Dream Team, das ich immer schon mal haben wollte und es nur nie wusste. Ganz ehrlich, das passt wirklich wunderbar. Denn Book of Unwritten Tales, eins und zwei sind, also zwei habe ich nur kurz gespielt, eins habe ich aber durchgespielt, sind unglaublich toll geschriebene, lustige Spiele. Diese Firma King Art wird da ein bisschen zu wenig wertgeschätzt, finde ich sogar, für das, was sie da wirklich geleistet haben und machen dann ja auch mit sowas wie Iron Harvest oder die haben ja auch Battle Kronos World, irgendwie sowas. Was, ich gucke mal kurz nach. Battle Worlds Kronos, habe ich schon. Haben sie auch gemacht. Also auch durchaus weirde oder einzigartige Spiele. Black Mirror hat dann halt nicht so gut funktioniert, war auch nicht so toll geschrieben, was 2017 rauskam. Das war ein Reinfall tatsächlich, aber trotzdem, insgesamt ist das eine richtig tolle Firma und finde ich super exciting zu sehen, was da rauskommen könnte. Ja, ich auch. Also ich weiß halt, dadurch, dass ich ihn jetzt halt viel gesehen habe, weil ich halt viel Easy Allies gucke, was ihm wichtig ist in Spielen und da geht es immer viel auch um Kontext und Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit der Spielwelt und so Kram. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, in welchem Einfluss er als Narrative Designer, der ja auch nur als Freelancer angestellt ist, momentan zumindest laut seiner Aussage, da hat am Ende. Wie viel man dann von der Handschrift rauslesen, hören oder sonst wie erleben wird, das bleibt abzuwarten. Aber ich bin jetzt noch mal ein bisschen gespannter darauf, was King Art dann als nächstes ankündigen will. Ja, genau. Okay, dann sind wir doch damit durch mit den News für diese Woche. Ich habe noch eine kleine News, ganz kurz. Oh. Der linke Analogstick, wenn ich draufdrücke, meines Xbox One Elite-Controllers funktioniert nicht mehr. Ich bin ab jetzt nicht mehr Elite. Linke Analogstick? Genau, der Knopf, also wenn du da auf ihn draufdrückst, des Xbox One Elite-Controllers ist kaputt. Und ich bin nun wieder Teil von euch Casual-Gamern. Das ist eine Ankündigung. Sicher, dass das nicht nur eine Einstellung ist, die du falsch gemacht hast? Also es war einfach von jetzt auf gleich, da konnte man plötzlich Buchstaben nicht mehr groß und klein machen, beim Eingeben. I guess, also vielleicht gibt es noch einen versteckten Knopf, den ich da nicht wusste. Aber, also ich habe es nicht ausführlich getestet. Aber ich habe auch langsam keine Lust mehr. Wann hast du dir den Controller gekauft? Oh. Was, was kann ich dir genau sagen? Gib mir 10 Sekunden. Meine Bestellungen. Suche nach Bestellungen. Xbox One. Fünf. Oh boy. Elite. Der halbe 20. Oktober 2017. Für? Das möchte ich nicht sagen. Ich glaube, warte, Angaben zur Bestellung. 130 Euro. Bei keinem meiner normalen Controller, die alle schon älter sind, ist auch nur ein Knopf kaputt gegangen. Ja. Und den Xbox One. Der Elite-Controller muss sich ja sogar schon mal reparieren. Weil der R1-Knopf war sticky plötzlich. Das heißt, ich habe schon Ersatzteile dafür gekauft. Und das halt auseinandergeschraubt und ausgewechselt und wieder zusammengeschraubt. Sodass der wieder funktioniert hat. Jetzt ist ein anderer Knopf kaputt. Die einzige Lösung, die mir jetzt dafür einfällt, ist mir den Xbox Elite-Controller 2 für 700 Euro zu kaufen. Ja, das ist wirklich die einzige Lösung für dieses Problem. Ich habe übrigens gelogen. Bei meinem einen Playstation-4-Controller ist mal die R2-Tasse kaputt gegangen. Dann habe ich das Ding aber aufgeschraubt und konnte das ... Da war einfach eine dieser Federn falsch oder lose. Die musste ich dann wieder ranmachen. Und dann ging es wieder. Aber ansonsten würde ich ja fast sagen, jeder Playstation-4-Controller ist kaputt, weil die Akkulaufzeit dieser Dinger so scheiße ist. Ja, allerdings. Also, die realistischen Field-Controller geben halt bei mir irgendwann in dem Sinne den Geist auf, dass einfach der Analog-Stick sich in meinen Händen auflöst. Ach so, das habe ich bei keinem Controller. Ja, das habe ich leider bei einigen. Aber das Problem kenne ich. Vielleicht sind einfach meine großen, starken Männer-Hände, Tom. Ich habe die kleinsten Hände der Welt. Oh Gott. Vielleicht. Ich schaue gerade mal, bei Amazon gibt es den nicht. Beim Mediamarkt gibt es aber den Elite-Controller. Also den neuen, den Elite 2. Der kostet nur 80 Euro. Oh, fuck meh. Nee, du. Also wirklich nicht. Ach. Wenn du mir den Maxi Graf, wenn du mir den schicken willst umsonst, dann nehme ich den Maxi Graf. Oh nein, oh Gott. Ansonsten muss ich leider verzichten. Ja, schade. Ich gehöre wieder zu euch. Hey, Leute. Ja. Hey. I hate it. Mal komplett ohne Zusammenhang Empfehlung für Robins Sikiru-Stream. Ja, gibt es gar keinen Zusammenhang. So, jetzt sind wir aber fertig mit den News. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und TimeTo3 Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben mit zwei Titeln von Robin. Wir haben begonnen mit dem schon am Anfang des Podcasts angekündigten, ja, der Entfesselung deines Mathe-Genies. Ja. In Satisfactory. Ja. Ein Spiel von den Coffee Stain Studios, die vorher so Sachen gemacht haben wie den Gold Simulator, womit man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet hätte. Das Spiel gibt es auf dem PC, momentan nur auf dem Epic Games Store, bei Steam dann aber irgendwann demnächst auch. und das Spiel kostet 30 Euro. Was ist Satisfactory, Robin? Satisfactory ist Faktorio in der Ego-Perspektive. Was ist Faktorio? Faktorio, Gunun. Das ist eine ausführlichere Geschichte. Setzen Sie sich bitte. Nee, also Faktorio ist auch ein Spiel, was, glaube ich, noch gar nicht erschienen ist in vollständig. Ich schaue mal. Echt? Das habe ich vor Ewigkeiten mal gespielt. Ja, das ist auch, glaube ich, ja, ich bin gerade auf dem Wiki-Artikel. Es ist seit 2016 im Early Access. Und soll am 25. September diesen Jahres dann offiziell erscheinen. Holy crap. Und stellt euch vor, ich glaube, am besten kann man das mit so einer Spieleserie wie Anno vergleichen. Weil Faktorio und Satisfactory sich einen bestimmten Part von so was wie Anno nehmen und das in einem absurden Detailgrad nur darauf kloppen. Nehmt euch die Warenkreisläufe von Anno. Ihr habt eine Mühle, die wiederum verarbeitet das Weizen, das irgendwo anders angebaut wird und dann schickt die Mühle ihre Sachen zum Bäcker und das ist halt so ein Warenkreislauf, der entsteht. Und Satisfactory nimmt sich das Konzept dieses Warenkreislaufes, also A, muss zu B, muss zu C und konzentriert sich in seiner Spielerfahrung völlig da drauf. Wenn es halt eine, so eine Linie ist, wie ich die gerade beschrieben habe, ist natürlich sehr einfach. Stell dir aber vor, und das gibt es auch bei so einem Spiel wie Anno, das handelt, diese Mühle noch eine zweite Zutat braucht, neben dem Weizen, um daraus irgendwas zu machen. Und dann musst du halt schon noch was dazu hinlaufen lassen. In Anno bedeutet es einfach nur, du baust halt so viele Gebäude, wie du brauchst und dann sollten die am besten irgendwie noch in der Nähe sein zueinander und dann ist das ja automatisiert. Dann läuft automatisch dein Arbeiter zu A, holt die Zutaten ab, bringt die zu B und so weiter und so fort. In Satisfactory ist davon nichts automatisiert. Du willst das alles automatisieren, aber musst das alles dafür erst manuell bauen. Das heißt, du musst gucken, dass du die Fabriken, die Einzelteile herstellen, um wiederum andere Einzelteile zu bauen, die wiederum du brauchst für andere Einzelteile, die dann eine Maschine bauen, die du brauchst, die musst du A relativ im besten Fall irgendwie in der Nähe zueinander bauen und dann musst du die über Conveyor-Belts, wo mir gerade das deutsche Wort vorgegangen ist, Förderband. Tom, Förderband. Förderbänder. Du musst dann eben auch diese Maschinen, mit Förderbändern miteinander verbinden. Diese Förderbänder haben halt Geschwindigkeiten, in denen die laufen können. Also dein Standardförderband kann zum Beispiel 60 Einheiten, Ressourceneinheiten pro Minute transportieren. Da kann es aber sein, dass du, um irgendeine Maschine zu bauen, in irgendeinem anderen Fabrikgebäude, du 100 Einheiten von irgendwas pro Minute brauchst, um das effektiv zu bauen. Das heißt, du musst in dem Fall schon ein schnelleres Förderband überhaupt erstmal bauen, damit dann rechtzeitig genug ankommen. Ihr merkt, glaube ich, schon bei dieser Erklärung, dass dort sehr komplexe Kreisläufe entstehen können. Und das macht halt Faktorio einfach aus einer klassischen Echtzeitstrategie-Perspektive. Du baust halt deine Gebäude so und sammelst Ressourcen und baust da neue Gebäude. Und Satisfactory macht das dann eben aus der Ego-Perspektive. Das heißt, du läufst wirklich durch diese Spielwelt und sammelst Ressourcen und baust diese Gebäude aus der Ego-Perspektive. Was dann vor allen Dingen deshalb sehr cool ist, weil es halt technisch echt ziemlich cool aussieht. Es hat wirklich eine ordentliche, also es sieht nicht schlecht aus. Und dann diese großen Fabrikgebäude zu bauen, die alle mit diesen Förderbanden verbunden sind, und da sieht halt deine Spielwelt nach zehn Stunden schon komplett anders aus, als sie das noch nach zwei Stunden tat. Ich hätte aber direkt Fragen, wenn du mir das so erklärst. Weil eine ganz zentrale Frage, die ich mir stelle, wenn du sagst, okay, es ist diese Art von Spielprinzip, nur aus der Ego-Perspektive, wie funktioniert deine Übersicht oder funktioniert sie überhaupt? Weil diese Strategie-Perspektive ist ja sehr wichtig für einen Anno oder einen Faktorio, weil du diesen Überblick hast über alles. Ja, also ich glaube, das ist halt wirklich der Aspekt, der am schwersten zu erklären ist. Tatsächlich habe ich im Spiel selbst so gut wie nie Probleme damit gehabt. Und ich glaube, das Spiel macht eine besondere Sache ganz clever. Ich bin jetzt, also ich habe das Spiel ungefähr zehn Stunden lang gestreamt, in zwei, oder neun Stunden war es, glaube ich, in zwei Streams, die ihr euch auf Time to 3 angucken könnt. Das sind die ersten neun Stunden. Und habe es danach noch mal so sechs, sieben Stunden weiter gespielt. Und was in dieser Zeit dieses Spiel macht, ist, dass es diese Ressourcenpunkte, also das Spiel gibt so ein bisschen vor, wo diese Warnkreisläufe starten, weil du halt immer am Anfang eine Ressource dafür brauchst. Um irgendwas aus etwas herzustellen, brauchst du halt Eisen oder Kohle oder Kupfer oder so. Und dafür musst du dann quasi zu den Eisen- und Kupfervorkommen gehen, die es in der Spielwelt gibt. Du hast da ein Tool, was dir anzeigt, wo die sind in der Nähe. Und dann kannst du da hinlaufen. Das heißt, das Spiel gibt dir damit so ein bisschen vor, wo du baust. Und was es halt macht, ist, dass es da zieht es ein bisschen auseinander. Also ich habe halt quasi meine Heimatbasis, wo ich die ersten fünf Stunden meine Zeit hauptsächlich verbracht habe. Das heißt, da werden so die grundsätzlichsten Einzelteile gebaut, die oftmals so das Fundament für alles sind. Und dann habe ich einen zweiten Fabrikstandort, irgendwie 300 Meter davon entfernt, weil dort das Kupfervorkommen und noch weitere Eisenvorkommen waren, das aber dann separat fungiert von meiner Hauptbasis, weil es halt einfach einen halben Kilometer fast davon entfernt ist. Und dann habe ich jetzt noch einen dritten Standort, weil ich noch mehr Eisen brauchte und noch mehr Eisenvorkommen auch gefunden habe, das noch mal 300 Meter entfernt ist. Das heißt, das ist auch wieder separat. Das heißt, dadurch entsteht dann die Übersicht, weil ich weiß, hier wird das gebaut, hier wird das gebaut und hier wird das gebaut. Und damit ich halt nicht ständig hin und her rennen kann, baue ich dann halt Förderbänder von diesen Orten, die dann diese, also du musst dir vorstellen, das ist eine recht komplexe Fabrik, wo dann, weiß ich nicht, acht Maschinen stehen, nee, mehr, sagen wir mal, da stehen dann zwölf Maschinen, die alle so zusammenarbeiten und sich so gegenseitig befüttern mit Ressourcen und Einzelteilen, dass im Endeffekt ein Einzelteil dabei rauskommt, das ich brauche. Und dann baue ich halt ein Conveyor-Belt, der dieses Einzelteil in diese 500 Meter in meine Hauptbasis in irgendeine Lagerhalle bringt. Und dadurch bleibt es halt übersichtlich, weil ich nicht alles einfach auf einen Haufen gehauen habe, sondern weil es dadurch ein bisschen dezentralisiert wird und du selbst im Kopf so ziemlich genau weißt, da ist das, da ist das, da ist das. Also du hast so quasi die Segmente in deiner Spielwelt. Löst es dann vielleicht auch was irgendwie mit bestimmten Silhouetten von Gebäuden, dass du schon aus der Entfernung erkennst, ah okay, das ist diese Art von Gebäude, weil das einfach so anders aussieht. Das gar nicht. Also es gibt dann relativ, also du stellst alles in den gleichen Gebäuden her. Jeder Miner, der halt die Gebäude, die halt die Ressourcen abbaut, sieht gleich aus. Und jedes Gebäude, das aus diesen Ressourcen Einzelteile herstellt, sieht auch gleich aus. Du wählst dann quasi im Gebäude aus, was dort produziert wird. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Eisenplatten und Drähte unterschiedliche Gebäude brauchen, sondern du baust dafür das gleiche Gebäude und wählst dann in diesem Gebäude aus, dass das zentrale Produktionsgebäude halt ist, aus was gebaut werden soll. Aber, also an den Gebäuden erkennst du es nicht, aber du erkennst es halt an den Laufbändern, weil du, also jede Ressource ist nicht irgendwie abstrah, wird irgendwie abstrahiert dargestellt, sondern du siehst wirklich auf den Laufbändern die Ressource liegen und fahren, die da wirklich gebaut wird. Das heißt, ich sehe immer sehr schnell, ich gucke einfach, welche Sachen da in die Lagerhalle reinfahren und dann sehe ich halt, ah, das sind Kabel oder Drähte oder irgendwelche Eisenplatten und dann weiß ich halt sehr genau direkt, was das ist. Ist das denn, greift da vielleicht dann auch einfach dieses, okay, es ist befriedigend, die großen Maschinen dabei zuzusehen, wie alles ineinander greift und dann etwas funktioniert? Du weißt, da bin ich sowieso ein übelster Sucker für dieses Konzept und das macht Satisfactory so fucking gut. Also, es gibt jetzt keine unglaubliche Anzahl von dutzenden unterschiedlichen Gebäuden, aber die, die es halt gibt, sind wirklich sehr detailliert und cool. Also, da greift so viel ineinander, du baust sehr früh im Spiel einen Space Elevator, weil eine der, also, du hast eine wirklich zentrale Progression, wo du halt deine, wo du immer neue Stufen quasi freischaltest, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 und mit jeder neuen Stufe bekommst du halt neue Gebäude, neue Ressourcen und musst halt irgendwie Sachen ein bisschen umstellen vielleicht auch. Als Beispiel, am Anfang des Spiels hast du, du musst halt für Strom sorgen auch und alles mit einem Stromnetz verbinden und den Strom gewinnst du halt, indem du Blätter und Holz verbrennst und am Anfang verbrennst du unmittelbar die Blätter und das Holz und das ist dann relativ schnell weg und dann schaltest du irgendwann frei, dass du über, äh, über ein Gebäude Blätter und Holz in so Biomasse umbauen kannst und das wiederum ist dann ein sehr viel effizienterer Treibstoff und dann hab ich aber dann auch freigeschaltet, dass ich diese Biomasse wiederum in Biofuel umbauen kann, was dann noch effektiverer Treibstoff ist, aber jetzt hab ich dann ein Kohlekraftwerk freigeschaltet mit der neuesten Stufe, äh, wo ich dann Kohlevorkommen und Wasservorkommen brauche oder einfach ein, ein Lake halt, ähm, und, äh, dieses, dieses Kohlekraftwerk macht halt ungleich mehr, ähm, erzeugt unglaublich mehr Strom und da muss ich halt manuell gar nichts mehr reinfüttern, das ist dann auch wieder automatisiert, also, so funktioniert halt diese Progression, dass du dann immer diese neuen Stufen hast, wofür du Ressourcen brauchst, die du dann da reinfütterst und dieser Space Elevator ist eines davon, ähm, so ein zentrales Ding, wo du halt Ressourcen reinfütterst, damit du neue Stufen erreichst und dieser Space Elevator ist halt einfach super beeindruckend, äh, den zu bauen, weil, das ist halt wirklich ein Space Elevator, der ist gigantisch groß, der ist wirklich gigantisch und geht halt wirklich, soweit du sehen kannst, einfach in den Himmel, bis du irgendwann einfach diese, diese Linie zu, zu, zu klein wird, sodass du die nicht mehr erkennen kannst und das ist wirklich so eine 10- bis 20-sekündige Animation, die einfach abgespielt wird, wenn du diesen Space Elevator baust, der sich vor deinen Augen dann zusammensetzt, wo dann von, aus dem Himmel halt dieser Elevator-Part runterfährt in, in das Fundament, das du gesetzt hast und dann gibt's Arme, die da, die da hingreifen und das auseinanderziehen und das sieht so fucking geil aus, Tom. Das ist eine der großen Stärken dieses Spiels, dieses Gefühl, dass du wirklich hier eine Fabrik baust, wo alles ineinander greift, wo du siehst, wie sie arbeitet, ähm, wie diese, dieser Natur, also völlig unberührte Planet von einer wunderschönen, ähm, Wald-Naturgegend umgewandelt wird zu kaltem Stahl, den ich überall setze, ist sehr befriedigend. Ich mein, das sieht ja, wenn man dir beim Spielen zusieht und von dem, was du beschreibst, wirkt es auch so wie ein sehr komplexes Spiel aus, ne? Also, du hast schon, äh, es scheinen einen recht hohen Anspruch zu haben. Ist denn zum einen die Heranführung vom Spiel selbst gelungen, dass du dich nicht überfordert fühlst, beziehungsweise glaubst du, du wärst auch so sehr reingekommen ins Spiel, wenn du zum Beispiel nicht den Chat gehabt hättest, der dir ja geholfen hat? Ja, schon. Also, ich hab das Spiel tatsächlich ne Stunde gespielt, bevor ich gestreamt habe, ähm, weil es, weil da hab ich eben das Tutorial gespielt. Es gibt ein Tutorial, ähm, und das ist sehr, das ist sehr, sehr gut. Ähm, es gibt quasi ne, 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 ne eigene Stufe, Stufe Null, nur für das Tutorial, wo dir wirklich die grundsätzlichsten Ressourcen präsentiert werden und wie das überhaupt funktioniert, wie das, dass du hier auf, also, wenn du das halt startest, dann hast du halt zuerst den Eindruck, dass es halt so ein Survival-Game sein könnte, ne? Weil du gehst in die Welt und hast da ein paar Gegner, die du totkloppen kannst, das ist ein ganz kleiner Teil vom Spiel, äh, und du hast Holz, was du sammelst und Pflanzen, die du sammelst und dann kannst du auch manuell von Hand so dir Eisen aus den, aus den Vorkommen rausklopfen und dann gehst du halt zurück in deine Hauptbasis und kannst dort von Hand die Ressourcen bauen. Das klingt ja sehr wie so ein klassisches Crafting-Spiel, ähm, und dann erklärt dir das Spiel halt, baue jetzt mal dieses Gebäude und tiert es mal da rein und dann machst du das und das und das und guck mal, jetzt hast du plötzlich, versehentlich, weil du einfach das gemacht hast, was wir gesagt haben, das automatisiert und du bekommst jetzt ganz unter, dass du was tun musst, automatisch diese Ressource und das macht das Spiel wirklich, wirklich gut. Es lässt sich da, wie gesagt, so eine Stunde dauert dieses Tutorial und am Ende habe ich das wirklich verstanden und was schon passiert ist, dass du dann einfach im Laufe des Spiels immer mal wieder einzelne Sachen nicht verstehst, weil es dann einfach komplexer, immer komplexer wird und dass du dann zum Beispiel eine Anzeige hast, äh, wo irgendwie Ressourcen reingefüttert werden und du siehst halt, hier werden 30, 30, ähm, Eisen pro Minute, drei Eiseneinheiten pro Minute reingefüttert und dann baue ich daraus Eisenplatten und dann gehe ich einfach davon aus, dann kommen mir wahrscheinlich auch 30 Eisenplatten bei raus und da habe ich einfach gar nicht drüber nachgedacht, das war so ein ganz natürlicher Gedanke und du musst dann genauer auf dieses Bauinterface gucken und dann siehst du erst, nee, warte mal, der baut aus diesen 30, ähm, Ressourcen baut er 20 Eisenplatten pro Minute, also er kommt weniger raus, als reingeht, das heißt, dann musst du natürlich nochmal anders überlegen, okay, wenn jetzt das nächste, was der nächste Teil dieser Ressourcen, ähm, dieses Warenkreislaufes, ähm, 30 Eisenplatten braucht, aber wenn du nur 20 herstellt, dann muss ich natürlich nochmal irgendwie ein zweites Ding bauen und das irgendwie abzweigen und das sind halt solche Sachen, die du dir dann selbst erschließen musst, was aber so toll ist an diesem Spiel, es gibt halt, also, ich kann halt Sachen falsch machen und ich mach die dann falsch und dann muss ich das ändern, aber ich hab dadurch nichts verloren, weil im Hintergrund arbeiten ja konstant meine Maschinen, immer wenn du spielst, arbeiten, also lange die mit Strom versorgt sind, laufen deine, arbeiten deine Maschinen und bauen mehr Ressourcen, die du für irgendwas anderes brauchst, das heißt, selbst wenn ich grad irgendwie drei Stunden an irgendwas feststecke, weil ich irgendwas gebaut habe und das funktioniert nicht und ich reiße es wieder ab und das ist auch super, man kann alles abreißen und du verlierst keine Ressourcen, also absolut alles wirklich, äh, kannst du jederzeit komplett abreißen und bekommst alles wieder, was du jeder reingesteckt hast, das heißt, du musst gar kein schlechtes Gefühl haben, einfach mal wild zu bauen und gucken, ob irgendwas klappt, ähm, aber selbst wenn ich irgendwo dann da stehe und ich baue und ich reiße ab und ich baue und ich reiße ab und dann irgendwann, ach, so funktioniert das und dann baue ich und nach drei Stunden klappt es endlich, hat er ja drei Stunden währenddessen im Hintergrund Ressourcen gesammelt und es gibt weiter Progression, weißt du, und dann gehe ich halt zurück in meine Heimatbasis und sammle aus diesen ganzen Lagerhallen diese Milliarden von Ressourcen, die sie währenddessen angesammelt haben und kann dann von da in das nächste Level, bekomme dann die neuen Gebäude, muss dann merken, oh shit, jetzt muss ich plötzlich und Pumpen und irgendwelchen Pipelines und hast sie nicht gesehen und dieses Spiel gibt dir halt ständig, sobald du eine Sache erreicht hast, die nächste Sache, ohne dir irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn du an einer länger drin steckst. Okay, das klingt doch super. Ja, ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Spiel, ich freue mich da richtig drauf, es weiterzuspielen, weil eben die Progression auch wirklich unglaublich ist, also du startest halt in so einem kleinen Rahmen, wirklich ohne irgendwas und baust dann die ersten zwei, drei Gebäude und jetzt mittlerweile habe ich halt schon Fahrzeuge, mit denen ich durch die Gegend fahren kann, man muss auch erklären, es ist quasi eine riesige offene Map, ich glaube es waren irgendwie acht Quadratkilometer diese Map groß, hat mir im Chat jemand gesagt, habe ich jetzt nicht selbst überprüft und die besteht aus verschiedenen Biotopen, also du hast halt so klassisch hier so ein bisschen Wald, dann hast du auch eine Wüste und hier ist so ein komischer Alien, so ein wirklicher Alienwald voller komischer Pilze und leuchten da Dinger, was super cool aussieht, die halt jeweils andere, ich weiß nicht, ob die wirklich andere Ressourcen haben oder einfach nur hier hast du mehr von dem und da hast du mehr von dem, aber du kannst halt am Anfang des Spiels auswählen, wenn du startest, wo du quasi startest in welchem dieser Biotope, aber kannst eben dann von dort aus auch in die anderen reinwachsen und in die anderen reingehen und das macht mir halt super viel Spaß, diese Welt zu erkunden, weil diese Welt eben auch sehr cool ist und Alien ist und du hast coole Kreaturen, manche sind feindlich, manche sind freundlich, du kannst sie dann teilweise, halt wenn die feindlich sind, umbringen und bekommst dann von denen wiederum irgendwie Ressourcen oder deren Panzer, du hast einen eigenen Research Tree, wo du Sachen erforschen kannst, wiederum neue Tools bekommst und es ist immer noch im Early Access, also es ist ein wirklich dickes Spiel, Leute im Chat meinten, sie haben das schon 70, 80 Stunden mit verbracht mit einer einzigen Map und bis sie irgendwie ansatzweise am Ende angekommen sind, der Progression und es ist halt immer noch im Early Access, das heißt, da kommt auch noch so einiges und ich bin da wirklich begeistert von, es gibt es halt nur im Epic Store aktuell, kostet aber auch nur, ich glaube, 25 Euro und ist dann auch noch, gerade gibt es ja diesen 10 Euro Gutschein von Epic für alles, was man da kauft, das heißt, ich habe es halt für 15 Euro gekauft und das ist wirklich ein unglaublicher Deal angemessen daran, wie viel Spaß ich damit habe. Also der normale Preis ist 30 Euro. Oh, 30 tatsächlich, okay, dann habe ich 20 dafür bezahlt. Es hat momentan so einen leichten Sale, deswegen kostet es glaube ich 27 oder so. Okay, dann habe ich 17 dafür bezahlt, also das ist wirklich super, super, super cool, ich kann das, falls ihr irgendwie auf diese Progression und das Automatisieren von Warenkreisläufen in so klassischen Aufbausimulationen steht, dann ist das hier wirklich die komplette Erfüllung. Also ich werde auch auf jeden Fall dann mal, jetzt wo es bald rauskommt, auf den fertigen Release jetzt mal warten von Faktorio und auch da mal reingucken, wollte ich auch immer mal. Das hat mich aber immer ein bisschen abgeschreckt, weil das sieht ja wirklich richtig hardcore aus einfach und Vanessa hat halt Satisfactory diesen Look und auch wenn du dir die Trailer anguckst, die sind sehr auf, also lustig und mit cooler Musik und es ist so ein bisschen, also es ist sehr mit einem Augenzwinkern gemacht und was ich sehr empfehlen kann, ist mal auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers von Coffee Stain Studios vorbeizukommen. Die machen super, also einfach die Community-Mensche sind super freundlich und super cool und sehr nahbar und die sagen auch mal, wir haben gar keine Ahnung, was da passiert ist, sorry und wir wissen noch nicht, wie das funktioniert und Gott so groß, was habt ihr da gemacht? Sehr, sehr, sehr sympathisch und es macht einfach sehr Spaß, dem zu folgen und einfach zu gucken, wo das noch hingeht. Ja, es ist halt auch, ich glaube durch die EU-Perspektive nochmal ein bisschen was anderes, wenn du so komplexe Sachen aufbaust und dann über deine Schulter guckst und siehst, ah okay, das alles habe ich gebastelt, das sah vor zehn Stunden noch komplett anders aus. Genau. Also irgendwie dann vielleicht ein bisschen imposanter, als wenn du von oben rauf guckst. Auf jeden Fall ist da... Sag mal, eine narrative Ebene hat das Spiel nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Nee, also du bist halt Teil von einer Firma und die sagt halt, mach halt mal und du hast so eine KI, die ab und zu mit dir redet, aber... Also es gibt nur so einen Rahmen. Genau, es ist halt, mach mal, kolonialisiere mal dieses Ding für uns. Mach mal die Aliens platt, damit wir hier schön bauen können. Genau. Was mir, ein letzter Punkt noch, auf einer optischen Ebene kannst du sehr viel so ganz frei bauen. Also du hast jetzt keine Gebäude, die du wirklich baust, du hast halt diese einzelnen Maschinen, die du dahin setzt, aber du hast jetzt keine klassischen Gebäude, in die du dann setzt, wo du die Maschine reinbaust, aber du hast halt Wände und Fundamente. Das heißt, du baust dir die Gebäude selbst und du baust dir dann die Treppen selbst und diese Fabrikgebäude selbst, wenn du es denn möchtest. Ich hab es ja noch nicht gemacht, weil das klingt für mich sehr kompliziert, aber ich hab halt zum Beispiel so ein paar Fundamente gesetzt und einfach so ein bisschen um eine Übersicht zu bekommen, um das alles so ein bisschen gleichmäßig zu machen und ich hab halt mir so ein paar Screenshots angeguckt und da hast du einfach wirklich so richtig krasse Fabrikgelände, die einfach aussehen wie realistische Fabriken und das mag ich auch sehr, sehr gern. Okay. Ja, cool. Also eine sehr deutliche Empfehlung scheinbar für Satisfactory, falls ihr es noch mal in Aktion sehen wollt. Robin hat ja gerade schon erwähnt, er hat es in zwei Streams gespielt, auf Twitch.tv ist der Schock live und auf unserem Time to 3 Let's Play Kanal könnt ihr diese Aufzeichnungen nachvollziehen, falls ihr da mal sehen wollt, wie das alles denn aussieht und wie Robin sich live den Kopf zerbricht. Ja, das muss man, aber das darf vielleicht auch noch eine ganz kleine Relativierung. Gerade der zweite Stream war quasi nur eine Sache, die ich quasi die ganze Zeit machen wollte. Da hab ich drei Stunden dann dran gesessen und mit Zahlen hin und her jongliert und das war einfach auch, also das hab ich halt danach gespielt, weil ich danach noch mal sechs, sieben Stunden weitergespielt hab und in diesen sechs, sieben Stunden hatte ich irgendwie zehnmal so viel Progress wie in den fünf Stunden davor. Einfach, weil es auch noch mal was, also es hat mich aktiv nicht gestört beim Stream, aber ich hab's danach gemerkt, dass es auch noch mal was sehr anderes ist, diese Mathe-Gleichungen durchzuführen, während du streamst. Ohne, dass ich da jetzt groß mich unter Druck gesetzt gefühlt habe oder der Chat mich unter Druck gesetzt hätte, aber einfach zu wissen, dass du streamst im Hintergrund, lässt das alles noch mal deutlich komplizierter werden. Also ich hab mich dann auch deutlich dümmer angestellt, als man's eigentlich müsste, weil so kompliziert, dass man drei Stunden daran bringt, war's dann eigentlich nicht und so Mathe-fokussiert ist es dann eigentlich auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, ich hasse halt Mathe, ich hasse Rechnen und alles da drumherum, aber es ist nicht so, dass dieses Spiel jetzt mich daran erinnert, dass ich irgendwie Mathe-Aufgaben machen würde, sondern das war so ein bisschen auch der Stream. Ja, und der Gag, ne? Aber ich kann das sehr nachvollziehen. Also ich hatte auch schon so Blackout-Momente in Aufnahmen oder Streams und das ist wirklich manchmal so. Ja, 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 ich hab mich wirklich, ich mach das halt so selten, mich mit irgendeiner Weise mit Mathe beschäftigen, einfach weil ich weiß, dass es mich sehr unglücklich macht. In diesem Rahmen hat es mich dann glücklich gemacht, tatsächlich, aber es gab diesen einen Punkt, wo ich genau dieses Gefühl hatte, wie in der 9. oder 8. oder 7. Klasse oder so, wo ich denke, okay, ich kann es verstehen, aber warte mal, erst mal muss ich das davor verstehen und dafür musste ich dann ja noch das machen und bis ich das verstanden habe, hab ich dann wieder vergessen, wo ich hin will und diese Formel ist auch so, oh no, oh, ich hab kurz dieses Panikgefühl bekommen von 7. Klasse-Robin, der erkennt, dass er Mathe nicht versteht. Das war ein sehr interessantes Gefühl, das mit fast 30 dauert zu haben. Na gut, wir kommen zu einem Spiel, da muss man gar nicht rechnen, da muss man nur Auto fahren beziehungsweise ein bisschen mehr steckt dann schon dahinter, das kannst du uns gleich sagen, nämlich SnowRunner von Saber Interactive nach MudRunner kommt natürlich logischerweise SnowRunner. Auf course. Damit kann man rechnen. PC, PS4 und One sind die Plattformen, es kostet auf den Konsolen 50 Euro, auf dem PC gibt's das momentan nur bei Epic für 40 Euro und du hast es gespielt und sagst uns am besten noch mal, was denn MudRunner war beziehungsweise was SnowRunner überhaupt ist. Äh, genau, es startete mal, also ich sag mal, das startete mit Spin Tires, da gab's da ein Entwicklerproblem und hast du nicht gesehen, ähm, aber ursprünglich startete das mal mit Spin Tires, dann kam MudRunner und dann kam jetzt SnowRunner. Ähm, das sind sehr, 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 sehr spezifizierte Auto, also ich hatte gerade fast Rennspiele gesagt, das ist kompletter Blödsinn, äh, sondern Fahrsimulatoren könnte man eigentlich sagen. Stellt euch den, äh, European Truck Simulator oder American Truck Simulator vor, aber das Ding ist nicht, dass ihr durch Straßennetze fahrt und über Autobahnen, sondern ihr seid irgendwo in Alaska, jetzt im Falle von SnowRunner, irgendwo in Alaska, in einer Pampa, äh, es gibt mit Glück so ein 500 Meter Straßennetz in diesem Umkreis von 10 Quadratkilometern, ähm, und der Rest ist halt mal Schnee, mal Eis, mal Matsche, mal Sumpf, so. Und du hast halt, äh, riesige Trucks, du hast Pickups, du hast so schweres, also sehr unterschiedliches, aber immer ein schweres Gerät, du fährst ja jetzt nicht mit irgendwelchen VW-Golfs umher, ähm, und musst dann damit, damit eine, die Map erkunden, äh, du hast tatsächlich klassische, äh, Erkundungstower, wie in der Assassin's Creed, die dir angezeigt werden auf der Map und du musst dann da hinfahren und dann wird dir dieser Teil der Map angezeigt und dann hast du da Fahrzeuge, die feststecken, die du rausziehen musst und du hast ganz klassische Aufgaben und Quests, die dir einfach gegeben werden, wo gesagt wird, hier, wir haben Ressource A, die ist an diesem Teil der Map, Ressource B ist an diesem Teil der Map und du bringst den bitte zu uns an diesem Teil der Map, äh, Punkt C. Und, äh, musst dir dann da halt eine gute Route ausdenken, musst dir ein vernünftiges Fahrzeug dafür aussuchen, äh, und dann hoffen, dass du nicht zwischendurch einfach stecken bleibst, äh, und das alles normal machen musst. Genau, und das Faszinierende, also ich weiß ja, dass wir mal entweder Spintires oder schon Mudrunner gespielt haben im Stream und das Faszinierende war, dem zuzugucken, wie da die Physik funktioniert, wenn du festgefahren bist im Schlamm, weil das alles mit berechnet wird und auch dargestellt wird und das ist was, was in regulären Rennspielen, wenn überhaupt nur oberflächlich passiert, ne, also vielleicht mal in einem Dirt Rally oder so, wo das dann wirklich eine Rolle spielt, äh, die Oberflächenbeschaffenheit. Und hier ist es halt Kern-Spielelement. Wie ändert sich das denn jetzt von, okay, hier gibt's nur Schlamm zu, jetzt ist irgendwie Eis und Schnee das Problem oder ist das überhaupt eine große Änderung? Ja, das sind, also es sind halt, und das Spiel hat wirklich viele Inhalte. Es sind wirklich unterschiedliche Maps, dieses Spiel hat vier völlig von anderen unabhängige Maps, äh, wo du halt, die du auch, ich weiß nicht, ob man zu allen vier jederzeit wechseln kann, aber falls man die erst freistellt, also zwei habe ich bisher erst besucht, die anderen beiden habe ich noch gar nicht drauf gedrückt, aber du kannst zwischen denen, wenn du die dann freischalten musst, wenn du die freigestellt hast, jederzeit hin und her wechseln. Also du startest, ich weiß nicht, wo das jetzt war, aber das ist halt so ein relativ klassischer, äh, amerikanischer, äh, Pampa, wie man es auch als Mudrunner kennt, das ist so die erste riesige Map, auf der du oben herfährst, ähm, relativ kurz fürs Tutorial, ähm, und dann wird dir gesagt, du kannst jetzt quasi auch sofort nach Alaska reisen und das ist halt alles Schnee und Eis und, äh, Eismatsch. Ähm, und du kannst halt jederzeit einfach dann, wenn du in deiner Garage bist, sagen, okay, jetzt will ich wieder dahin und jetzt will ich wieder dahin und da ein paar Aufträge machen und da ein paar Aufträge machen. Also die haben zwar sich einfach sich vier Settings ausgesagt, die von so einer unabhängig sind, wo du einfach jederzeit auswählen kannst, wo du gerade lang reisen möchtest. Und das ist halt super, also der Unterschied ist halt wirklich ein sehr, sehr großer. Ähm, und das, das fand ich halt so toll, als ich dann das erste Mal in Alaska rumgefahren bin, ähm, wo du dann wirklich merkst, du fährst einfach noch über eine normale betonierte Straße, aber du gehst halt in eine Kurve und fährst einfach weiter geradeaus, weil es halt, ähm, rutschig ist. Und das fühlt sich halt super, super geil an, weil diese Physik dann einfach so toll ist. Du hast halt einen Truck und hinter dir hast du irgendwie 20 Tonnen auf deinem Lade-Dings und fängst an zu bremsen, wenn das dann slidet, aber von hinten das Ding auch gegen deinen Truck, pusht dann wiederum dich weiter nach vorne. Oh no. Ja, das ist halt ein super, das sieht einfach super cool aus. Ähm, und fühlt sich auch cool an. Ähm, und dann hast du natürlich, wie du bereits gesagt hast, diese grandiose Physik, wo du wirklich diesen Schlamm und den Schnee physikalisch korrekt und nachvollziehbar zur Seite drückst, wenn du da durchfährst und dann drehen deine Räder durch und buddeln sich Löcher und dann musst du deinen, deinen, deinen Haken, deinen Winch nutzen, um irgendwie dich in einen Baum dran zu ketten und dann ziehst du an diesem Winch und ziehst dich aus diesem Loch wieder raus. Ähm, das macht mir so viel Spaß, ich hab jetzt ungefähr zehn Stunden in dem Spiel drin und, äh, ich auch da, wie bei Satisfactory, freu mich super drauf, das weiterzuspielen, äh, weil es so abwechslungsreich ist in seinen Umgebungen, weil ich auch die Progression so mag, also du hast halt so viele Möglichkeiten. Du kannst halt sagen, ich kauf mir jetzt so ein, also, die haben verschiedene Kategorien für Vehikel, sie haben so Heavy Duty Trucks, wo halt gesagt wird, die wiegen halt 100.000 Tonnen und können auf Straßen gut fahren, aber wenn du damit Matsch berührst, gehst du wahrscheinlich sofort unter und dann ist es im Erdkern. Ähm, das sind Sachen, ein Typ, aber dann hast du auch Offroad Trucks, die halt besonders gut da drin sind, durch Schlamm zu fahren oder halt so Scout-Vehikel, die halt oft so kleinere Fahrzeuge sind, womit du sehr wenig wirklich durch die Gegend ziehen kannst, womit du nicht irgendwelche Ressourcen transportieren solltest, aber womit du halt super gut die Map erkunden kannst, ne? Und diese Map ist dann halt auch so aufgebaut, dass es dann halt so Challenges hat, die dann eben nicht sind, ähm, hier sammle Ressourcen A, B, C und bring die zu D, sondern hier ist halt ne Aufgabe einfach nur, erreiche diesen Punkt auf der Map und das ist dann irgendwie ein Berg, den du hochfahren musst, einen super beengten Feldweg, wo dann die Sachen weg, weg, äh, fallen und du wirklich ganz, ganz langsam da langfahren musst, ohne runterzufallen und dann kommst du oben an und bekommst dann dafür Erfahrungspunkte und Geld, womit du dann wiederum neue Aufträge freischaltest und neue, bessere Trucks dir kaufen kannst. Ähm, und du findest einfach in der Spielwelt Fahrzeuge und Trucks und das ist halt so ein bisschen die Kernprogression, dass du Upgrades findest, womit du die verbessern kannst und dass du halt neue, bessere Fahrzeuge findest ähm, und damit dann wiederum in neue Areale kannst, in die du vorher nicht rein konntest. Steigt man aus in dem Spiel, wenn man irgendwie einen Haken um den Baum macht oder ist das alles Interface? Genau, in der Spielwelt von Mudrunner und Snowrunner haben Leute leider alle ihre Beine verloren, was halt, das ist meine einzige Erklärung, ja, es gibt keine Beine mehr in dieser Spielwelt, weil ich mir halt so denke, hier ist die Aufgabe, erreiche diesen Punkt und ich denke mir so, Digga, du könntest aussteigen und da ist so ein kleiner Weg, da könntest du in zwei Minuten oben sein, aber nein, wir haben diesen 15 Tonner und wir werden diesen 15 Tonner, diesen fucking Feldweg jetzt hochfahren und das finde ich halt sehr lustig, also nein, du kannst in diesem Ding nicht aussteigen, alles funktioniert dann über Menüs, wenn du deinen Ringe auspackst und den an Gebäude und den an irgendein Baum festmachst, um dich dann irgendwo rauszuziehen, ist es auch einfach, du drückst halt auf deine, auf diesen Knopf im Spiel und wählst dann den Punkt aus, an dem du es festmachen willst, also der wird angezeigt, an diesem und diesem und diesem und diesem Baum kannst du den jetzt festmachen, da bist du nah dran genug dran, du wählst einfach den aus und dann ist der auf einmal da, ohne dass jetzt irgendjemand aussteigt oder so, du siehst auch keine Menschen in der Spielwelt, du siehst deinen Fahrer im Truck sitzen, aber ansonsten funktioniert das alles dann über Menüs. Und wenn du mal umkippst? Wenn du umkippst, dann hast du zwei Möglichkeiten im Grunde, nee drei, wenn du ganz, 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 ganz viel Glück hast und das ist mir ja nur, das ist eigentlich passiert, das passt nie, läuft halt dann dein Motor noch, in der Regel stallt der und geht aus und wenn der Motor aus ist, dann kannst du den, bei den meisten Fahrzeugen zumindest deinen Ringe nicht mehr benutzen, wenn der aber noch an ist und du deinen Ringe benutzen kannst, kannst du halt versuchen, dich so zu ziehen, dass du wieder auf den vier, auf vier Rädern landest. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du, wenn du mehrere Fahrzeuge hast, ist bei mir nicht der Fall, ich habe nur eins, weil ich quasi immer das alte verkaufe, wenn ich genug Geld habe, um mir dann ein besseres zu kaufen. Weil auch hier ist es so, wie in Satisfactory, du kannst quasi alles, was du gekauft hast, jemals für den gleichen Preis wieder verkaufen. Das heißt, du kannst jederzeit hin und her wechseln, was ich auch sehr gut finde. Das heißt, wenn du zwei Fahrzeuge hast, kannst du quasi sagen, okay, ich will aus diesem Fahrzeug raus, gehe mir ein anderes Fahrzeug rein und fahre dann mit dem Fahrzeug dahin, wo ich bin und drücke mich oder mit dem Ringe ziehe ich mich dann wieder richtig. Oder du machst halt Recovery. Du kannst jederzeit einfach Recovery drücken und spawnst dann wieder in deiner Garage. Also, du kannst nicht dauerhaft irgendwelche Fahrzeuge verlieren, die werden dann automatisch repariert und so. Du hast hier keinen dauerhaften Progress-Verlust. Was halt der Fall ist, du verlierst halt deine Ressourcen. Oder die bleiben halt da, wo sie sind. Das heißt, wenn dein Trailer umkippt, in den du die Ressourcen transportiert hast, dann musst du halt mit einem neuen Trailer, wenn du den nicht gerade wiederkriegst, mit einem neuen Trailer wieder anfahren und dann musst du, weil du ja mitten in der Wildnis bist, musst du auch einen Truck haben, der irgendwie einen Kran hat und dann musst du den Kran betätigen, mit dem Kran die Ressourcen aufpacken, auf deinen Trailer packen. Also man verliert Zeit. Genau, man verliert halt Zeit und das alles wird natürlich wesentlich einfacher, wenn du es im Coop-Modus spielst, weil das ist auch sehr cool und das habe ich auch meistens gesehen, ich selbst habe es nur im Singleplayer bisher gespielt, aber du kannst halt jederzeit einfach den Coop-Modus aktivieren und dann halt wirklich mit mehreren Leuten durch die Gegend fahren und das ist halt super cool. Also da habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, da haben Leute sehr, sehr viel Spaß mit einfach, dass sie sich teilweise aufteilen oder teilweise zusammen einen großen Auftrag erledigen und dann steckt einer fest, dann muss der andere kommen, seinen Wünsch an den packen, versuchen den rauszuziehen, dadurch steckt der dann auch fest und dann muss der Dritte kommen und welche Kettenreaktionen da entstehen, sind wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Da muss ich mal schauen, ob ich mal jemanden finde, mit dem ich zusammenspielen kann, weil das stelle ich mir sehr lustig vor. Ich finde, das klingt auch lustig, also das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, weil ich habe ja Mudrunner zum Beispiel gar nicht gespielt, also ich habe das ja nur bei uns im Stream gesehen und fand das da schon sehr lustig, aber habe dann nie selbst mal den Aufwand betrieben, mir das Spiel zu holen und es mal selbst zu probieren. Vielleicht probiere ich es mal mit Snowrunner, weil per se finde ich eigentlich super, dass es diese Art von Spiel überhaupt gibt, weißt du? Ja. Dass wir so sehr Special Interest-Spiele im Wesentlichen haben, die dann aber doch ein viel größeres Publikum haben, als man denkt. Und dadurch, dass du auch diese ganze YouTuber-Nummer und Twitch-Nummer hast, merken, glaube ich, auch viel mehr Leute, okay, da steckt ja viel mehr hinter, als man jetzt vielleicht vermuten mag, wenn man eine trockene Beschreibung von dem Spiel liest, weil es ist ja, du kannst es ja super trocken beschreiben als irgendwie Lieferantenspiel durch die Pampa. Ja. Und das holt jetzt niemanden hervor, aber wenn du dann mal die Erfahrung siehst und merkst, was da so dahinter steckt und auch das, was du jetzt erzählst, das klingt schon sehr, sehr lustig und eigen und auch als ob sie, sich MudRunner genommen haben und dann so dachten, okay, wir machen jetzt einfach das noch mal in besser. Ganz genau. Ich würde eine kleine Warnung aussprechen, weil der Anfang, also du musst am Anfang echt Geduld mitbringen, weil du halt mit einem Truck startest, der nix kann. Also am Anfang war es für mich ein frustrierendes Spielerlebnis, einfach weil du hast dann diese Aufträge, die du machen kannst und die sind nicht einfach, du kannst einfach alles machen. Also die sind auch gelockt, sodass das Spiel dir schon sagt, probier erst mal die hier, mach erst mal die, Level erst mal auf und dann kannst du die späteren, schwierigeren machen. Aber bereits da war es so, dass viele dieser Aufträge für mich scheinbar unmöglich waren mit diesem Truck einfach, weil der zu wenig Power hatte, weil der dann ständig stecken lieb und es war dann eine Erfahrung, wo ich dann wirklich drei, vier Mal hintereinander irgendwas vorhabe und es hat dann nie geklappt und ich musste einfach abbrechen. Das heißt, ich habe dann irgendwann nachgeguckt, wie kann ich am besten Geld machen am Anfang, einfach weil ich da selbst ein bisschen ratlos wurde und da gibt es dann sehr einfache Möglichkeiten. In dem Spiel, habe ich ja bereits gesagt, stehen halt immer mal wieder einzelne Fahrzeuge rum oder vor allen Dingen am Anfang stehen halt so Anhänger rum und diese Anhänger haben halt Ressourcen, die du transportieren kannst. Du kannst dir diese Anhänger aber auch schnappen und die einfach verkaufen, weil du dir ja jederzeit, wenn du die brauchst, wieder für den gleichen Preis auch kaufen kannst. Das ist ja das Schöne, du kannst nichts verlieren oder sowas, sondern kannst die jederzeit einfach im gleichen Shop wiederholen, indem du dir auch verkauft hast und deswegen habe ich das dann, das war ein Tipp, den ich gelesen habe und das habe ich dann gemacht. Ich habe in dieser Spielwelt vier, fünf Trailer gesammelt und die jeweils zurückgebracht in meine Basis und verkauft dort. Dann habe ich diesen schlechten Truck verkauft und hatte mir dann nachgeguckt, welchen Truck, welcher empfehlenswert ist in diesem Early Game und habe den dann gekauft von diesem Geld und von da an war es dann halt auch eine viel smoothere Spielerfahrung, wo ich dann wirklich auch nochmal dann Spaß hatte, aber ich würde, also man sollte sich nicht schlecht fühlen am Anfang vielleicht auch da mal zu googeln, weil dieses Spiel erklärt sich nicht so gut wie Satisfactory. Dieses Spiel hat viele Systeme, wo man nicht so ganz durchblickt, die Menüs sind nicht immer klar, da muss man ab und zu mal ab und zu mal googeln. Ja, haben sie noch was fürs nächste Spiel, wie auch immer das dann heißt. Ja, ich habe euch mal nachgeguckt. Was kommt nach Matt und Snow, Robin? Nach Matt und Snow, gute Frage, Air, Air Runner. Air Runner. Du musst Flugzeuge durch Matsch steuern. Ich habe nochmal nachgeguckt, das Spiel hat drei Maps, gerade nicht vier. Eine vierte ist DLC, Russland, Alaska und Michigan. Aber, und das ist halt etwas, was ich mir gedacht habe, anhand des Interfaces, aber noch nicht sicher war, jede dieser Maps, also das ist schon sehr, sehr groß. Also ich bin jetzt in Michigan, das ist eine Map und die ist schon sehr, sehr groß. Die habe ich noch nicht komplett erkundet. Das ist aber nur eine, also Michigan selbst besteht wiederum aus vier dieser großen Maps. Das heißt, es gibt so ein Tunnel in dieser Map, wo das halt die Ladezeit ist und dann kommst du zu dem anderen Teil von Michigan. Das heißt, davon gibt es wiederum vier Dinge. Also du hast im Grunde dreimal vier Maps in diesem Spiel, die jeweils sehr, sehr groß sind. Also ich glaube, hier steckt wirklich richtig viel drin und das finde ich halt auch so cool. Du sagtest ja bereits, übel Special Interest, trotzdem scheint es ein großes Publikum zu haben und deswegen scheint es auch ein wirklich großes Budget zu bekommen, weil es sieht super gut aus optisch. Es ist wirklich ein wunderhübsches Spiel. Es hat einen Tag-Nach-Rhythmus und hat dadurch immer mal wieder wirklich tolle Lichtstimmungen, die entstehen, was oft auch zum Problem werden kann, weil wenn du durch die Gegend fährst, dann wird es nachts, dann siehst du einfach nichts mehr, aber du kannst die Zeit jederzeit vorspulen. Das heißt, dann kannst du einfach sagen, hier spule ich jetzt vor. Ich bin auch da echt, echt begeistert von. Das macht mir auch super viel Spaß. Saber Interactive sind ja die Entwickler und ich finde die irgendwie voll interessant. Ja, Saber macht so alles. Ja, dass die das machen, dann machen die so Sachen wie World War Z, dann machen die so Sachen wie den Switch-Port von Witcher 3. An Halo sind die eines der zentralen Support-Studios. Es ist super weird. Das ist voll cool. Jetzt gehören sie ja zu THQ, ganz offiziell. Stimmt, genau. Da war noch neulich die Akquise. Ganz genau. Man kann nur auf Inversion 2 hoffen. Kann man das hoffen? Kann man das wirklich? Muss man, würde ich sagen. Okay. Timeshift 2, Inversion 2, sind wir alle happy. Du hattest, doch, du hast gesagt, du hast auf dem PC gespielt. Genau, ich hab's auch im Epic Store gespielt und da ist es wunderbar optimiert, 60 Frames, alles wunderbar. Also, zur Konsolen-Performance können wir euch da gerade nix sagen oder weißt du da irgendwie so Bescheid? Da hab ich leider noch gar nix zu gesehen. Na gut, dann tätigen wir da gar nicht erst eine Aussage. Dann soll's das gewesen sein zu SnowRunner und damit sind wir auch durch mit den Spielen für diese Woche und können noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com stehhhookt und steadyhq.de stehhhookt, was uns sehr freuen würde und wir wissen es auch noch mal deutlich mehr zu schätzen während der aktuellen Zeit, in der wir alle stecken, denn ihr macht uns ja auch möglich trotz dieser Zeit hier Hooked weiter fortführen zu können und dafür sind wir sehr dankbar. Ab 5 Dollar beziehungsweise Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Erst letzte Woche erschien beispielsweise mein Video zu Tekken 4 wie anfangs erwähnt und es gab ja auch eine neue Folge Hooked on Topic neulich. Da könnt ihr mal reinhören, das ist unser zweiwöchentlich erscheinender exklusiver Podcast und ihr hattet sowieso Zugriff auf alles, was bisher exklusiv erschienen ist. Da haben wir auch eine Übersichtsseite bei uns auf hucktmagazin.de könnt ihr auch mal reinschauen und ab 25 Dollar beziehungsweise Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf Jan Lippert Geribor Christopher Dietrich Apu42 Archie Little Owl Autaku Chipza Christian Hühndorf Donson Styles aka Don Stylo Fure 96 Hauke Brav Lennart Struck Markus Ottensmann McLovin 008 Michael Numemon digitiert zu Oliver Zürfers Rick O Sebastian Diehl Simon Dobitschai Zombie und Wintercracker und Tommi 88088 Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten Vielen, vielen, vielen Dank an euch Ich glaube ich werde mal übrigens also zwei Sachen ich werde mal im Discord glaube ich mal anfragen wegen SnowRunner ob sich da Leute finden lassen um mal gemeinsam zu zocken also falls ihr da irgendwie in der Materie seid schaut gerne mal im Discord vorbei und sagt da Bescheid dann kann man da bestimmt mal was organisieren Das ist auch ein guter Hinweis weil den Discord könnte man ja sowieso mal öfter erwähnen der Link dazu ist auch immer bei uns in der YouTube-Beschreibung und den findet ihr auch immer bei den Website-Einträgen vom Podcast da könnt ihr euch dort ganz easy anmelden wir haben da nämlich eine wunderbare Community Wirklich der Discord ist sehr, sehr aktiv da gibt es auch regelmäßige Spiele-Sessions von denen sich Leute treffen große, große Empfehlung da mal vorbeizugucken Genau So, was machst du jetzt Robin? Ich oh das du weißt also wenn ich dir sage also ich kann es ich kann dir sagen dass ich es nicht sagen kann weil das ein Spoiler wäre für ein Video an dem ich arbeite so eine Ankündigung die ich nicht tätigen möchte aber ich werde diese Spiele spielen Tom Da freue ich mich sehr drauf Ja Ich freue mich nämlich sehr auf das Video an dem du gerade arbeitest Das wird cool Ich werde wahrscheinlich auch Zeit mit einem Spiel verbringen über das ich noch nicht reden kann Ja guck mal große, mysteriöse Ankündigung Ja die großen Fragezeichen von Hoop Na gut wir hoffen ihr bleibt gesund wir hoffen ihr habt eine schöne Woche noch das soll es gewesen sein mit dieser Folge HoopDFM Wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi Tschüss das ist Untertitelung des ZDF, 2020